Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen Webinar unter dem Motto wieder Pflege führt Regie. Mein Name ist Ulrike Ballenhoff, ich bin erster Vorsitzender der DEGEA. Schön, dass Sie sich so zahlreich eingefunden haben. Wir kommen jetzt alle der Reihe nach rein und werden jetzt langsam anfangen. Wir beschäftigen uns heute Abend mit der sicheren Aufbereitung flexibler Endoskope und haben eine Reihe von Experten mit dabei, die gleich noch vorgestellt werden. Ein paar organisatorische Dinge vorweg. Wir haben wieder einen Chat für Sie eingerichtet. Sie können uns also wieder Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen während der Vorträge zuschicken und wir werden Sie dann nach jedem Vortrag im Anschluss diskutieren, sodass wir auch Ihre Anliegen mit behandeln können. Sie werden nach der Veranstaltung ein Zertifikat erhalten und wer als Team jetzt vor dem PC sitzt, als Praxis- oder als Endoskopieabteilung, meldet sich bitte nochmal separat, damit auch alle Kollegen eine Bescheinigung bekommen. Wir führen das Webinar wieder in bewährter Weise mit dem Endoskopie-Campus durch und das jetzt schon fast seit drei Jahren. Also vielen herzlichen Dank für diese wirklich wunderbare Zusammenarbeit und heute werden wir unterstützt von der Firma Chemische Werke Dr. Weigert, die halt uns auch mit Referenten entsprechend unterstützen. Und ich darf jetzt schon mal weitergeben an Herrn Guido Merck. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich Sie auch im Namen von der Chemischen Fabrik Dr. Weigert begrüßen darf hier zum heutigen Webinar. Mein Name ist Guido Merck. Ich bin Tier-Account-Manager bei der Firma Dr. Weigert und ich darf Sie heute zusammen mit meiner Kollegin Jacqueline Treutner, sie ist Produktmanagerin für Endoskopie bei Dr. Weigert, durchs Programm führen. Wir freuen uns, dass wir hochkarätige Referenten und Referentinnen gewinnen konnten. Die erste, die was vortragen wird, ist Frau Beilenhoff. Sie wird, Frau Beilenhoff kennen Sie ja alle. Frau Beilenhoff ist erste Vorsitzende von der DGEA und auch in der SGENA hat sie eine tragende Rolle seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, möchte ich schon fast sagen, wo sie Scientific Secretary ist und sie veranstaltet oder organisiert auch ganz viele Ausstellungen und Kongresse und Schulungen. Der zweite Vortrag, da haben wir den Dr. Johannes Lenz. Dr. Johannes Lenz ist Mikrobiologe bei uns bei Chemische Fabrik Dr. Weigert. Er hat in Bonn studiert und in Bonn promoviert über Biofilme im Trinkwasser und ist seit 2011 bei uns, bei Dr. Weigert. Und immer, wenn wir Fragen zu mikrobiologischen Themen haben oder zu Testungen von Chemikalien, dann wenden wir uns an den Herrn Johannes Lenz. Und als dritte Referentin konnten wir Frau Professor Heike Martini gewinnen. Heike Martini ist ja seit Jahren eine etablierte Persönlichkeit im Bereich der Endoskopaufbereitung und auch im Bereich der Hygiene. Sie war viele Jahre bis zu ihrer Emeritierung, hat sie die Hygiene geleitet in der Charité und seit sie emeritiert ist, ist sie nach wie vor tätig in der technischen Hygiene, im Bereich der Schulung und im Bereich der Beratung. Dann gebe ich jetzt rüber an meine Kollegin Jacqueline Treutner. Sie wird Ihnen ganz kurz ein paar Takte zu Dr. Weigert sagen, was Dr. Weigert macht. Ja, genau. Ja, vielen Dank Guido und von mir auch ein herzliches Hallo an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dass es vielleicht ein paar unter Ihnen gibt, die Dr. Weigert noch nicht kennen, darf ich das Unternehmen mit ein paar ganz kurzen Worten einmal vorstellen. Und das Jahr 1912 war in der Unternehmensgeschichte besonders wichtig. Aber was geschah in diesem Jahr? In diesem Jahr wurde Holstein Kiel deutscher Meister im Fußball. In diesem Jahr wurden auch Schädelknochen des Pilternmenschen in Südengland präsentiert. Später entpuppte sich das aber als wissenschaftliche Fälschung. Und keine wissenschaftliche Fälschung ist natürlich die Entdeckung der Chlor-Bleichlauge als flüssiges Produkt für die Wäschebleiche durch Dr. Weigert. Und im selben Jahr wurde auch die Firma gegründet von Dr. Walter Weigert. Mittlerweile ist ganz viel passiert bei Dr. Weigert. Es gibt drei große Kompetenzfelder. Das ist der Medizin und die Labortechnik, die Küchenhygiene und der Bereich Lebensmittelfarma und Kosmetikindustrie. Und zu dem Bereich Medizin gehört auch der Bereich Endoskopie. Und für den hat Dr. Weigert seit 2009 ein eigenes Produktportfolio auf den Markt gebracht. Und das Produktportfolio gilt halt für die manuelle und maschinelle Aufbreitung von flexiblen Endoskopen. Ja, und Endoskopaufbreitung ist ja auch heute unser Stichwort. Und Herr Merck geht noch einmal mit Ihnen ganz kurz die Agenda durch. Ja, dann wollen wir kurz die Agenda durchgehen. Wir haben drei Vorträge geplant. Jeder Vortrag hat ungefähr 20 Minuten Zeit und danach haben wir immer jeweils für jeden Vortrag fünf Minuten Fragen aus dem Chat eingeplant. Der erste Vortrag ist übertitelt Was ist wenn? Das heißt, Frau Beilenhoff wird Ihnen ein paar Fälle aus der Praxis vorstellen. Frau Beilenhoff war ja viele Jahre auch Leiterin einer Endoskopie und durch ihre Schulungstätigkeit ist sie eigentlich prädestiniert dafür, dass sie Fälle, die auch schwierig zu lösen sind, zu hören bekommt und dann bei der bei der Lösung dieser Fälle hautnah dabei war. Im zweiten Block spricht uns Dr. Johannes Lenz, wird uns erzählen, wie man moderne Desinfektionsmittel heute entwickelt, worauf es da ankommt und was man in den Tests zu berücksichtigen hat, sodass auch sicher ist, dass die volle Effizienz gewährleistet ist. Und im dritten Block, da wird dann Frau Professor Martini uns den Stand der Diskussion in dieser Frage Desinfektion versus Sterilisation erläutern. Diese Diskussion gibt es ja seit einiger Zeit und Frau Professor Martini wird uns auf den letzten Stand dieser Diskussion bringen. Und damit gebe ich rüber an Sie, Frau Beilenhoff, Bühne frei. Genau, jetzt teile ich noch eben mein Bildschirm mit Ihnen und dann können wir auch jetzt gleich starten. Genau, Herr Merck hatte ja schon meinen Titel halt eben vorgetragen. Was ist wenn? Probleme und Lösungsstrategien, wobei ich jetzt nicht hochkomplizierte Sachen mir rausgesucht habe, sondern alltägliche Sachen, die uns in der Praxis täglich halt eben begegnen, die aber dann oft banal klingen, aber noch nicht banal sind. Und das ist einmal der herkömmliche Schmutz am Endoskop, Leihgeräte und Reparaturen, auch die Nichtbenutzung von Endoskopen während Eingriffe und dann natürlich die Infektion. Und vielleicht können wir im Chat auch noch die ein oder anderen Fragen von Ihnen halt eben kommentieren. Ja, was ist wenn? Wir sind bei einer Untersuchung und machen normalerweise eine Funktionskontrolle, eine Sichtkontrolle, schauen, ob die Luftblasen aufsteigen, ob ein vernünftiges Bild da ist, ob alles funktioniert. Und dann sehen wir auf einmal hier entweder vielleicht Schäden am Bistalende, die vielleicht nicht unbedingt so wüst aussehen wie hier oben bei dem Bild, denn da sind schon einige Stürme darüber hinweggezogen über dieses Endoskop. Aber vielleicht sehen wir auch unter dem Bistalende einzelne Verschmutzungen. Das ist ein Bild aus einer Veröffentlichung, wo der Autor gesagt hat, es ist ein sauberes Endoskop. Und wenn man das ganze Bild mal vergrößert, sehen Sie, dass hier unten an der Decklinse halt eben ein braunlicher Schleier da ist, sodass man das Gerät eigentlich nicht als sauber bezeichnen kann. Was machen wir jetzt? Ja, dann sagt der Nächster natürlich, ja, einfach aufbereiten. Nur was heißt denn einfach aufbereiten? In diesem Fall heißt es im Prinzip, die komplette Aufbereitung noch einmal durchführen mit der Bürstenreinigung, mit der Spülung der Kanäle, ein reines Durchschieben durch die Waschmaschine, in Anführungsstrichen, das RDGE geht in diesem Fall auf keinen Fall. Also es muss auf jeden Fall die komplette Aufbereitung durchgeführt werden und halt eben auch gesehen werden, dass gerade diese Schmutzstellen halt eben noch mal besonders sich angesehen werden. Jetzt habe ich die Frage, ist damit alles getan? Ist damit alles erledigt und das Problem beseitigt? Ich denke nicht, denn dann ist die Frage, warum ist das passiert? Wir sind alle Menschen, das kann jedem passieren, wunderbar. Da hat einmal mal jemand schludrig gearbeitet oder es ist in der Hektik oder wie auch immer untergegangen. Es kann aber auch sein, dass Unsicherheiten im Team bestehen. Sei es bei Einzelnen, wenn ich eine neue Mitarbeiterin in der Abteilung habe oder jemand aus dem Urlaub wiedergekommen ist und ein Gerät nicht bekommen hat. Oder vielleicht bestehen auch Unsicherheiten im gesamten Team. Oder es bestehen Unsicherheiten bei diesen bestimmten Endoskop, wie ich es aufbereiten soll. Also wäre es in diesem Fall halt eben noch mal als Leitung einer Endoskopieabteilung wichtig, dass man guckt, besteht ein Schulungsbedarf und muss ich vielleicht auch praktisch noch mal bestimmte Sachen der Aufbereitung noch mal mit den Kollegen durchgehen. Denn damit so etwas hat eben nicht noch mal passiert, dass da Restverschmutzungen halt eben verbleiben. Und vielleicht muss ich auch noch mal bestimmte Aspekte der Gerätekunde, wie verlaufen, welche Kanäle durch das Endoskop, wo sind Todräume, wo sind kleine Ecken und Kanten und wie wird auch bei der Aufbereitung spezielle Spüladapter angesetzt. Auch das muss ich eventuell alles noch mal in einem Schulungspaket dann noch mal wiederholen. Also reines einer Schmutz am Endoskop ist nicht eine kleine labidare Sache, sondern das Ganze hat schon etwas Hintergrund, wo man nachdenken muss. Und es geht mich weiter. Die nächste Frage ist nämlich, habe ich das richtige Equipment? Habe ich die richtigen Bürsten? Und Sie sehen hier eine ganze Reihe von Bürsten und ein Beispiel jetzt von Olympus mit der 180er Serie, wo ich eine kleine Nut habe und einen kleinen Tunnel, wo ich die Reinigungsbürsten reinstecken muss. Das muss bekannt sein. Vielleicht arbeitet die RDGE auch nicht mehr korrekt und ich habe Anschlüsse, die verschlissen sind. Auch daran muss ich denken oder eben entsprechende Defekte halt eben berücksichtigen und halt eben beheben. Von daher ist die Umsetzung der Gebrauchsanweisung ganz wichtig, auch der Aufbereitungsanleitung der Hersteller. Da muss ich halt immer gucken, wird alles wirklich umgesetzt? Habe ich die richtigen Bürsten für das richtige Endoskop in einem richtigen Durchmesser und 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 und? Und muss ich eventuell meine RDGE nochmal warten oder da halt eben Kontrollen durchführen? Wir sind aber immer noch nicht fertig. Liegen eventuell Geräteschäden vor? Sie haben ja vorhin gesehen, dass bei dem einen Endoskop ziemlich Ecken und Kanten da waren. Und dieses Endoskop muss ich auf jeden Fall einschicken zur Reparatur. Und Sie sehen halt eben hier nochmal das eingeblendete Endoskop. Wenn ich halt eben hier so Ecken und Kanten habe, dann sehe ich die auch vielleicht mit bloßem Auge. Vielleicht muss ich aber auch die Lupe verwenden und eine solche Arbeitsplatzlupe, die auch eine Beleuchtung innen haben sollte, dass Sie wirklich auch einen gut ausgeleuchten Arbeitsplatz haben. Wenn Sie ein Endoskop da drunter halten, sollte heutzutage in jeder Endoskopieabteilung vorhanden sein. Es gibt aber auch Veröffentlichungen aus den letzten Jahren, die zeigen, dass gerade auch unsere komplexen Endoskope anfälliger geworden sind für kleinere Risse und Schäden. Das ist jetzt eine Veröffentlichung aus Holland, wo dann auch nach der, da gab es eine Serie, da komme ich gar nicht mehr drauf, von Infektionen mit Klebsiellen, die von der Krankenhaushygiene entdeckt worden sind. Dann wurde das Ganze aufgerollt und die betroffenen Endoskope aus dem Verkehr genommen und eingeschickt. Und im Service wurden dann nachher diese Aufnahmen gemacht. Und wir sehen halt eben auch hier oben an der Deckleiterlinse, dass da halt eben auch entsprechende Verschmutzungen waren. Es gab halt eben auch Schäden an dem O-Ring. Also man muss also auch bei diesen komplexen Geräten an Schäden gerade ohne am Distalende halt eben denken, wenn es halt eben zu Restverschmutzungen halt eben kommt. Denn diese, wenn man jetzt die Veröffentlichungen sich nochmal anguckt, die in den letzten Jahren auch gerade rund um die ERCP halt eben veröffentlicht wurden und sich die einzelnen Veröffentlichungen im Detail halt eben anschaut, dann war das nicht immer, dass die kleinen Defekte am Distalende der Duodenoskope, sondern es waren durchaus halt eben auch Fehler, die bei uns halt eben zu suchen sind. Es wurden in einem Fall nicht richtig gereinigt, nicht richtig getrocknet und gelagert. In einigen Fällen war auch die Handhygiene ein Vehikel, wo die Infektionen weitergegeben wurden zu Patienten, die nicht unbedingt eine ERCP halt eben hatten, aber auf den gleichen Stationen lagen. Manchmal wurden auch die falschen Bürsten verwendet oder halt eben auch noch mehrfach Bürsten. Und dann wurde die Serie eingestellt, nachdem man auf einmal Bürsten umgestellt hat. In anderen Fällen wurden die Herstellangaben nicht befolgt und die Arbeitseinweisungen zeigten Fehler oder waren teilweise gar nicht in den Abteilungen vorhanden. Also wir müssen auch bei solchen Ausbrüchen daran denken, dass wir als Endoskopiepersonal durchaus halt dementsprechend Fehler gemacht haben oder Schulungsbedarf halt eben besteht. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Was ist, wenn wir Leihgeräte in die Abteilung bekommen? Das ist natürlich auch öfter der Fall, wenn wir Defekte haben. Und Leihgeräte sind natürlich sehr hilfreich und hochwillkommen, damit das Programm weiterlaufen kann. Aber das Problem ist natürlich, dass sie durch die unterschiedlichsten Abteilungen laufen, mit den unterschiedlichsten Prozesschemikalien in Kontakt kommen. Und da kann vielleicht der Dr. Lenz noch mal was zu sagen und halt eben auch die unterschiedlichsten Aufbereitungssysteme sehen. Dann ist aber auch die Transportqualität und die Zeit eine Rolle, wenn ich ein Endoskop vielleicht durchaus feucht in einen Transportkoffer gebe und er über längere Zeit transportiert wird, dann wächst da drin natürlich einiges und ich habe am Ende des Tages bremsmunteres Tierleben in dem Koffer. Also auch das spielt eine Rolle. Das heißt, wenn ich ein Leihgerät bekomme, muss ich auf jeden Fall eine Sichtkontrolle durchführen, eine Funktionskontrolle und auf jeden Fall auch die komplette Aufbauung, das heißt inklusive manueller Bürstenreinigung durchführen. Also nicht nur in die Waschmaschine tun, Klappe zu, Affe tot, sondern halt wirklich sich hinstellen und intensiv halt eben das Gerät manuell vorbereiten. Dann muss das Gerät auch in meine Dokumentation eingefügt werden. Es kann in der Regel auch in die RDGE mit eingepflegt werden und ich muss auch entsprechende Gerätelisten führen, damit klar ist, zu welchem Zeitpunkt war welches Leihgerät in meiner Abteilung hat welches Gerät ersetzt. In der Krinko finden wir bisher keine Angaben darin, ob man bei dem Eingang von Leihgeräten mikrobiologische Kontrollen durchführen sollte oder nicht. Das können wir vielleicht nachher auch noch mal diskutieren. In einigen Häusern wird das in der Tat gemacht, was natürlich dann zu Einsatzverzögerungen führt. Wenn ich dagegen jetzt die reparierten Endoskope zurückbekomme, dann sollte ich als Leitung natürlich auch klären, welcher Schaden lag vor? Wurde er denn dann auch repariert und wie wurde er repariert? Und auch in diesem Fall wird dann wieder eine Sichtkontrolle und eine Funktionsprüfung durchgeführt und auch dann sollte die komplette Aufbereitung durchgeführt werden, weil das Endoskop halt eben auch bei der Reparatur entsprechend halt eben auch kontaminiert werden kann. Es sind vielleicht auch Restverschmutzungen dran, auch die müssen entfernt werden. Dann wird das Endoskop wieder zurückdokumentiert in das System, dass es klar ist, es ist wieder verfügbar und es ist in der RDGE und im Trockenschrank halt eben auch entsprechend gelistet. Hier finden sich jetzt in der Kringco tatsächlich auch ein kurzer Hinweis in einem einzigen Satz, dass man mikrobiologische Kontrollen nach Reparaturen durchführen soll. Das wird aber nicht weiter differenziert und auch hier müssen wir vielleicht in Zukunft das noch mal detaillierter darstellen. Kommen wir noch zu einem nächsten Beispiel, nämlich der Nichtnutzung von Endoskopen. Wir haben oft eine Reihe von Patienten, die mehrfach Untersuchungen bekommen. Kombinationen Gastro-Colo oder Gastro-EOS-ERCP. Da sind mehrere so Sachen halt eben, die dann auch durchgeführt werden. Und dann werden mehrere Geräte oft auf Halde gelegt. Dann ist die Frage, was mache ich mit den Geräten, wenn ich ein Endoskop schon so angeschlossen habe? Ist es ein Unterschied, als wenn ich es geschützt im Raum abgedeckt in der Wanne liegen lassen lasse? Wenn das halt eben abgedeckt geblieben ist, kann ich es natürlich dann auch, dann muss ich es nicht unbedingt wieder aufbereiten. Wenn ich es aber am Turm angeschlossen habe oder es offen habe, irgendwo gelagert, dann sollte ich auf jeden Fall auch eine neue Aufbereitung durchführen. Kommen wir nun zu den Endoskopen und wir machen mal eine kleine Märchenstunde. Es war einmal, tatsächlich bei uns in der Abteilung, allerdings schon vor vielen, vielen Jahren, kam mein damaliger Chef zu mir und sagte, Ulrike, wir haben ein Problem. Wir haben zu viele Infektionen nach der ERCP. Sie können sich vorstellen, dass da sehr geschockt war, meine Kolleginnen und ich. Und dann war natürlich schnell die Frage, welche Patienten sind denn betroffen? Welche Endoskope sind betroffen? Welche RDGE? Welche Keime wurden denn nachgewiesen bei diesem Patienten, wenn er mir sagt, wir haben verstärkt Infektionen? Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge? Sei es an Tagen, an Uhrzeiten, untersucherbedingt, gibt es irgendetwas, wo ich eine gewisse Gesetzmäßigkeit feststellen kann? Es kann ja sein, dass es nur bei 1 oder 2 Endoskopen auftritt, dann ist das vielleicht ein Indiz, dass diese 1 oder 2 Endoskope vielleicht ein Defekt haben. Also ich muss wirklich Sherlock Holmes spielen und dann halt eben auf die Suche gehen. Und in diesem Fall war es jetzt so, dass wir, dass immer nur die Patientinnen, die morgens als erstes in der Endoskopie auf der Liste standen, waren froh, dass als erstes dran kam, aber im Grunde genommen kam es ihnen zu Schaden. Nämlich sie bekamen nachher in der Regel eine Infektion. Und es war noch ein anderer Nachweis, der sich nachher bei mikrobiologischen Kontrollen zeigte. Es wurden Pseudomonaden in Endoskopen festgestellt und auch im Leitungswasser. Und das war damals noch Annotubak in der Zeit, wo wir noch manuell aufbereitet haben. Sie können sich vorstellen, was das halt eben bedeutet hat. Der Grund war nämlich, dass wir neben dem Wasserproblem auch ein Trocknungsproblem hatten. Denn offensichtlich hatten wir über Nacht oder den Abend vorher nicht genug getrocknet, sodass dann Feuchtigkeit im Endoskop war. Und über Nacht haben die sich wunderbar vermehrt. Und beim ersten Patienten morgens war die Keimlast so enorm, dass diese Patienten dann auf jeden Fall eine Infektion bekamen. Die, die am Tag dann RCP 3, 4, 5 waren, da war die Keimlast noch nicht so hoch. Also der erste Patient hatte im Prinzip ein Problem. Dieses Phänomen zeigt sich aber auch in aktuellen Infektionen, wie jetzt hier aus einer Infektion mit Klebsiellen, Pneumonia in Frankreich, wo es halt eben auch ein Reinigungs- und Trocknungsproblem halt eben gab, Nebengeräteschäden. Ich hatte Ihnen vorhin schon das Bild gezeigt, hier von dem Ausbruch, hier aus Rotterdam. Und da war es so, dass nicht die Endoskopie gemerkt hat, dass da was passierte, dass da was im Busche war, sondern die Krankenhaushygiene ist darauf aufmerksam geworden und hat gesagt, hier gibt es zu viele Infektionen, ist auf die Suche gegangen und ist dann bei der Endoskopie fündig geworden. Und da war es halt eben so, Sie müssen jetzt gar nicht die Sachen im Detail sehen, aber Sie sehen, dass die Kurve hier nach oben geht und hier auf einmal abfällt. Da fing es so langsam an und hier ging es nach oben und dann war relativ schnell klar, auch die haben Schale Combs gespielt und gedacht, welche Patienten sind betroffen, welche Endoskope sind betroffen und Sie haben zwei Indikator-Endoskope gefunden, die tatsächlich auch diesen Keim nachgewiesen hatten, nämlich hier rund um den Albaranhebeln. Nachdem diese Endoskope aus dem Verkehr gezogen worden sind, war alles in Ordnung und die Endoskope wurden nachher repariert. Ja, also auch da ist die Kommunikation mit der Krankenhaushygiene ganz, ganz essentiell. Was mache ich in so einem Fall, wenn mich jemand konfrontiert und sagt, wir haben verstärkt Infektionen in der Abteilung, dann werden auf jeden Fall mikrobiologische Kontrollen abgenommen und das halt eben nicht nur vom Endoskop, sondern halt eben auch das letzte Spülwasser von der Waschmaschine. Es können auch mit Prüfkörpern gearbeitet werden oder das Leitungswasser wird überprüft. Und bei den Endoskope ist auf jeden Fall so, dass Abstriche gemacht werden. Wenn die gemacht werden, muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass wir mit diesen entsprechenden Tupfern auch wirklich in die kleinen Zwischenräume kommen und nicht wie es jetzt hier dargestellt ist und dass auch wirklich das gesamte Kanalsystem von der Spülflüssigkeit halt eben erfasst wird. Da können wir aber später vielleicht noch mal drauf kommen. Betroffene Endoskope oder auch RDGEs sind dann zu sperren, dann eventuell eine Wartung, eine Reparatur halt eben anzuschließen und wenn die Sachen dann halt eben wiederkommen, dann entsprechend noch mal dann mikrobiologische Kontrollen halt eben durchzuführen. Was ist, wenn ich eine RDGE habe, die ausfällt? Dann ist natürlich die Frage, war das mein einzige RDGE? Dann stehe ich ziemlich im Regen. Oder haben wir eventuell noch andere RDGEs, die das Ganze auffangen können? Dann würde ich die eine RDGE sperren, die anderen kann ich noch weiter benutzen. Wenn ich jetzt wirklich gar keine habe, bleibt es mir im Prinzip nur dabei, manuell aufzubereiten. Sie wissen alle selbst, wie viel Aufwand das ist. Oft sind gar nicht so viele Wannensysteme vorhanden. Auch der Raum in der Aufbereitung ist oft sehr eng und die manuelle Aufbereitung ist schon sehr aufwendig und sehr, sehr zeitintensiv. Wenn man nicht vernünftig arbeitet und auch in engen Räumen arbeitet, besteht eine hohe Gefahr halt eben auch der Rekontamination. Also das ist mit Vorsicht zu genießen. Ich kann natürlich andere RDGEs nutzen. Vielleicht habe ich den Luxus in einer größeren Klinik, dass andere Abteilungen auch RDGEs haben, vielleicht die ZSVA. Dann kann ich dahin gehen. Habe ich das aber nicht, muss ich vielleicht in andere Kliniken ausweichen. Und dann ist die Frage der Logistik. Wie bringe ich die Endoskope dahin? Wie werden die dahin transportiert? Ich kann ja nicht meine Liste abarbeiten und dann am Ende des Tages mit einem Türmchen voll Endoskopen dahin gehen. Das heißt, externe Lösungen brauchen auf jeden Fall, wenn ich externe Lösungen habe, muss ich auf jeden Fall vorher die komplette manuelle Vorreinigung halt eben durchführen. Der Nachweis nochmal, wenn wir jetzt mikrobiologische Kontrollen gemacht haben, werden in der Regel Indikatorkeime, wird in der Regel nach Indikatorkeimen gesucht, weil halt eben nicht alles halt eben abgeprüft werden kann. Man schaut einmal nach Enterobakterien, die einen Hinweis geben auf die Reinigung. Wenn ich diese halt eben finde, habe ich irgendwas, ein Problem mit der Reinigung und der Desinfektion. Finde ich Wasserkeime oder Nonfermente, habe ich ein Problem mit Spülungen, mit Wasser, mit der Trocknung. Ich kann aber auch hygienerelevante, also Handkreime halt eben finden, die dann Indikator sind, dass meine Händehygiene oder die Lagerung halt eben nicht suffizient ist. Also das gibt mir auch immer einen Hinweis darauf, wo ich den Fehler halt eben auch suchen kann. Insgesamt, wenn Infektionen halt eben auftauchen, ist das jetzt nicht nur das Problem halt eben von diesem einen Endoskop, sondern ich muss dann, gerade auch wenn Serien auftreten, meine gesamte Organisationsstruktur und auch meine gesamte Hygieneorganisation darlegen und auch beweisen, wie gut ich in den Ansonsten arbeite. Und daher muss ich einmal halt eben zeigen, wie gut ist meine Personalqualifikation, wer darf er mir aufbereiten. Aber auch Hygienepläne und Arbeitsanweisungen werden angeschaut. Das habe ich Ihnen erzählt aus dem Beispiel von Rotterdam, wo die halt eben nicht vorhanden waren. Und ich muss halt eben auch gucken, ob beweisen, dass meine periodischen und täglichen Kontrollen halt eben durchgeführt sind. Ich mache in der Regel tägliche Kontrollen von den Checklistenformen von den RDGEs, aber halt eben auch periodische Kontrollen, wie die Validierung und die Requalifizierung und halt eben auch die, vor allem die mikrobiologischen Kontrollen. Auch die Ergebnisse muss ich vorweisen. Und dann muss ich natürlich für den individuellen Patienten beweisen, dass ich für den Patienten die Aufbereitung auch entsprechend durchgeführt habe. Und diese ganzen Sachen müssen Sie halt eben auch im Rahmen von Infektionen dann halt eben offenlegen. Infektionen sind immer Teamarbeit. Und das ist nicht nur für das Endoskopie-Thema und ärztlichen Dienst interessant, sondern ich muss mit der Hygienefachkraft in dem Fall eng zusammenarbeiten. Und vor allen Dingen auch mit den Hygieniker und Mikrobiologen, weil da ist einfach auch das Know-how. Und die können mir extrem helfen, da halt eben auch entsprechend den bösen Buben zu finden und meinen Fehler halt eben zu identifizieren oder Defizite zu identifizieren. Und wir müssen halt eben auch mit dem zuständigen Labor halt eben kommunizieren, damit dann, wenn wir Proben abgenommen haben, beziehungsweise bevor wir Proben schon abnehmen, klar ist, welche Medien verwendet werden, wie ist der zeitliche organisatorische Ablauf, dass das halt eben auch klar ist. Das ist im Prinzip das Ende meines Vortrages. Ich denke, wir werden jetzt noch einiges diskutieren. Und ich würde jetzt mich freuen, wenn noch einige Fragen sind. Ja, vielen Dank, Frau Beilenhoff, für den Vortrag. Wir haben einige Fragen reinbekommen. Die eine ist, gibt es eine Sherlock-Holmes-Checkliste? Klasse. Ja, das wäre vielleicht ganz interessant mal zu machen. Das haben wir in der Tat noch ein bisschen noch nicht so aufgeschrieben. Aber es ist eine gute Idee. Aber ich glaube, Sie hatten auf Ihrer Folie ja dieses Nachweis von und Ursache. Ich glaube, das kommt ja aus der Kringko. Ich glaube, da gibt es ja so eine Art, ja Sherlock-Holmes-List ist ja da schon vorhanden. Genau. Der Hinweis ist auf jeden Fall schon vorhanden. Das ist nicht mein Eigen. Das ist aus der Richtlinie. Genau. Dann haben wir noch die Frage, haben Sie eine Empfehlung für einmal Reinigungsbürsten für den Zusatzspülkanal? Der ist in den meisten Endoskopen gar nicht spülbar. Sie haben halt eben einen Ansatz, der mit dem Endoskop bei der Lieferung halt eben mitgeliefert wurde, beziehungsweise man vom Hersteller eben auch bekommen kann, sodass man da halt eben auch entsprechende Spüladapter beziehungsweise Anschlüsse halt eben einsetzen kann. Den kriegen Sie nicht nur mit einer Spritze angespült, weil oft halt eben auch ein Rückschlagventil drin ist, dass Sie mit dem Anschluss halt eben öffnen und dann halt eben durchspülen können. So, was haben wir noch? Dann war noch eine Frage. Wie oft sollte man die Absaugschläuche tauschen? Da war ja kürzlich in Hygienemanagement ein Hinweis drin, man soll sie nach jedem Patienten tauschen, weil es Rückschläge gibt. Und die Krinko sagt arbeitstätig. Was denken Sie, was da die richtige Lösung ist? Da muss ich sicherlich, also das können vielleicht auch nochmal die Mikrobiologen kommentieren. Wenn ich infektiöse Patienten habe, ist klar, dann, beziehungsweise es sehr verschmutzt ist, dann ist es, ja, Heike Martini macht es schon so, ist klar, dass ich es wechseln muss. Und dann wird in der Regel von der arbeitstäglichen Routine ganz viel gewechselt. Die Frage ist halt, was mache ich zwischendurch? Das ist in der Tat nicht geklärt. Das ist ein Feld, was bisher noch nicht bearbeitet wurde. Heike, vielleicht willst du das mal kommentieren. Du musst noch ein Mikro freischalten. Da ist was drüber. Im Prinzip hast du es gerade selber gesagt, indem du dich verraten hast, gesagt, naja, wenn der Patient infektiös ist, dann schon. Wir wissen nicht, ob er infektiös ist. Da haben wir das Problem. Insofern hast du die Frage schon beantwortet. Also müssen wir es bei jedem Mal im Prinzip... Wobei ich das mit einem Rückschlag, ich weiß nicht, ich glaube, Herr Jasper hat das mal erzählt, ich weiß, habe darüber eigentlich nichts gelesen an Ergebnissen. Ich habe es nur vom Hörensagen. Es gibt auch Systeme, wo man Rückschlagventile halt eben mit einsetzen kann. Dann wäre es vielleicht nochmal möglich, aber dann ist ja wirklich die Frage, ob man das, ob man nicht dann, ist es dann nicht billiger, ist das ganze System in einem halt eben, da muss man wirklich Kosten dann halt eben abwägen. Gut, dann war noch die Frage nach Rücktransportsystemen, wenn man extern aufbereitet. Was ist denn die beste Möglichkeit, ein aufbereitetes Endoskop sicher zurück in die Endoskopieeinheit zu bringen? Da hängt es halt eben auch ab, woher es halt eben kommt. Da gibt es die unterschiedlichsten Systeme. Einige machen das mit den Wannen, die praktisch eine Wanne haben und dann wird eine Folie oben drüber gezogen, die auch stramm sitzt. Das wäre die eine Sache. Und die andere Sache wäre halt in den geschlossenen Containern, dass es gibt auch Container, die richtig eingeklinkt werden können, auch verblombt werden können, sodass man das wie ein Bauchset oder was auch immer vom OP richtig verschließen kann. Das gibt es halt eben alles. Bei diesen längeren Transporten ist sicherlich darauf zu achten, dass das Gerät halt eben trockener drin transportiert wird. Ja, gerade wenn es über längere Zeit halt eben ist. Und man muss halt eben auch bei einigen Endoskopen, sollte man vielleicht auch überlegen, ob man fürs Talende einen Stoßschutz halt eben anbringt. Da gibt es auch die verschiedensten Systeme. Die sollten aber dann einmal Material sein. Also es gibt dann auch Leute, die dann gerade diese Schaumgummidinger über Jahrzehnte verwenden. Das ist natürlich eine herrliche Keimquelle. Also das darf dann nicht sein, sondern es ist einmal Material. Da haben wir gleich noch eine verwandte Frage dazu. Wenn die Endoskope dann zurücktransportiert sind oder wenn sie im Lagerschrank hängen, wenn der Lagerschrank gut belüftet ist, wie lange sollten sie denn maximal im Lagerschrank hängen? Schwierige Frage, ich weiß. Heike, nehme ich deine Sache voraus oder soll ich schon antworten? Nein, ich sage dazu nichts. Du sagst dazu nichts. Nein, ich sage dazu nichts. Zu Desinfektionen, Sterisation, Trocknung. Okay, ja, dann wird das nicht ins Gehege kommen. Nein, du weißt ja, was ich denke und ich komme da dieselbe Antwort. Ja, die Frage ist ja, wann darf ich ein Endoskop in den Schrank hängen? Ich darf es nur in den Schrank hängen, wenn es wirklich trocken ist. Also das ist die eine Sache und jetzt habe ich noch die Frage vergessen, wie lange es hängen darf. Es gibt zwar in der Krinko diese ominösen zwölf Tage, aber die sind im Prinzip da zustande gekommen, weil nach zwölf Tagen die Studien, die dazu zitiert wurden, im Prinzip wirklich abgeschlossen waren. Also wissen nicht, was am Tag 13, 14 und 35 passiert. Also von daher hängt es im Prinzip ab von der Qualität ihrer Aufbreitung, speziell vom letzten Spülwasser, wie gut ist das gewesen, von ihrer Trocknung und halt eben auch, ob der Schrank dann wirklich zu ist. Wenn Sie einen Schrank über den Tag immer die ganze Zeit offen lassen wie ein Regal, dann bringt das nichts, auch wenn das Endoskop da drin hängt. Also von der Qualität der Lagerung und von diesen, habe ich es einfach vergessen? Ich weiß es gar nicht. Ich denke nicht, von diesen Faktoren hängt im Prinzip auch die Länge der Lagerung halt eben ab. Und wie ich halt eben an die Hände, an das Endoskop rangehe. Wenn ich an den Schrank halt eben gehe und sage, welches nehmen wir denn dann mal und gehe mit kontaminierten Händen in diesen Schrank rein, dann reduziere ich die Lagerzeit natürlich drastisch. Also man kann das gar nicht so auf Tage und Stunden fixieren. Das sind vielleicht Hilfsmittel, aber das hängt wirklich von Ihrer individuellen Lagerungsqualität ab. Das gerne, darf ich das ganz einfach ergänzen? Wenn ein Endoskop validiert, aufbereitet ist, also in Ordnung ist, dann kann man es nur durch schlechte Handhabung kontaminieren. Weil sonst kann nichts passieren. Das heißt, das ist mit den 14 Tagen, die fangen ja nicht an, nach 14 Tagen zu wachsen, die Jungs da drin, sondern die wachsen am nächsten Tag. Und die würden höchstens vielleicht irgendwann aufhören zu wachsen, weil sie nichts mehr haben und von dem sich ernähren können. Also das hat, diese 14 Tage haben nichts damit zu tun, dass ein Endoskop von innen verkeimt. Außen natürlich, wenn ich die Hände nicht desinfiziere oder immer wieder ranfasse. Das hast du richtig so gesagt, ja. Ja. Und das war tatsächlich bei uns in der Abteilung öfter der Fall, dass wir, wenn wir Abstriche gemacht haben, da halt eben dann keine Kulis gefunden haben, sondern mhm, 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 ja. Es geht auch noch mal um den Ausfall eines RDGEs. Welche Transportzeit zu einer anderen Klinik würden Sie akzeptieren, wenn Vortransport eine sachgerechte Vorreinigung und manuelle Reinigung stattgefunden hat? Auch dazu gibt es momentan keine Daten. Es gibt eine Arbeitsgruppe an der Uniklinik in Heidelberg, die sich mit dem Thema beschäftigt. Da habe ich momentan aber keine abschließende Veröffentlichung von gesehen. Was auf jeden Fall wichtig ist, wenn dieser Fall ist, dass ich nach extern transportieren muss, weil ich in meiner eigenen Abteilung nicht aufbereiten kann, dass ich nicht halt eben dann aufhöre, Endoskopie zu Ende durchsaugen. Da muss ich wirklich intensiv durchsaugen, mindestens 200, 250 Meter, also auch bei kleineren Endoskopen. Und dann halt wirklich die manuelle Bürstenreinigung direkt anschließen. Also ich kann nicht dann stoppen und dann direkt transportieren, sondern ich muss wirklich die manuelle Bürstenreinigung erst noch gemacht haben. Und dann kann ich es weiter transportieren. Aber ich weiß nicht, was die Mikrobiologen dazu sagen. Schweigen, Walde! Nur nicht nachgedacht, aber spontan würde ich sagen, hätte ich gesagt, absaugen und am Patienten richtig reinigen, reicht eigentlich, weil... Ich glaube das nicht, denn gerade auch bei ERCPs, was du da hinterm Albaranhebel teilweise an Steinresten und ähnliches rausholst. Also es darf nicht trocknen. Also von daher, die manuelle Bürstenreinigung muss sein. Okay, ich bin nicht ruhig. Gut, verstehe ich. Aber das ist wichtig. Was ich in solchen Fallen machen würde, um in meiner Situation sicher zu sein, wäre, dass ich dann in so einer Situation auf jeden Fall mal Tests mache. Also die Mikrobiologie bitte halt eben, komm, lass uns jetzt Endoskopen mal testen, damit wir zeigen können, das System funktioniert, wie wir es jetzt gerade als Ausfallsprinzip machen. Bei Daten gibt es momentan dazu keine. Das ist das Problem, ja. Dann kam gerade noch eine Frage rein, nochmal zum Thema Trockenschrank und Trocknung. Wie lange musste die Trocknung erfolgen? Da der Kollege schreibt, die Niederländer trocknen bis zu drei Stunden. Wie lange sollte man denn trocknen, um sicher zu sein, dass das, was Frau Martini gesagt hat, dass keine Rekontamination mehr passieren kann? Ja, das ist das Problem. Sie können in den schwarzen Schlauch nicht reingucken, ja. Und das hängt wirklich auch von ihrer Art der Trocknung ab. Habe ich jetzt kraftschüssige Verbindungen, die ich anschließe und dann über eine Krake, also über diese normalen Endoskopanschlüsse, richtig eine Verbindung stattfindet und ich richtig trocknen kann? Oder setze ich einfach nur die Luftdruckpistole einfach nur oben drauf und blase da irgendwie rein? Oder benutze ich tatsächlich einen Trockenschrank, der über eine längere Zeit kontinuierlichen Flow aufbaut? Das ist wirklich halt eben schwer zu sagen. Es gibt dieses, also da kannst du ja was zu sagen, in der 15883-Methoden, um die Trocknung zu testen. Ja, es gibt dort die Trocknung mit Durchblasen auf Kupfersulfatpapier, dass da keine Tropfen rauskommen, beziehungsweise natürlich mit vernünftiger Luft. Wobei, ich sage es einfach nochmal, wenn ein Endoskop so aufbereitet ist, wie wir das in der Kringku beschrieben haben, nämlich wie es sein soll, dann ist dort nichts drin, wenn ich richtig gereinigt habe. Wenn ich nicht richtig gereinigt habe, brauche ich auch nicht zu trocknen. Dann kriege ich das auch nicht weg. Und die Franzosen, die ja den Trockenschrank im Prinzip in Europa uns, wie soll ich das sagen, verbrochen haben, mal ganz direkt, haben selber nachgewiesen, dass die Endoskope, die im Trockenschrank gewesen sind und die Endoskope, die nicht im Trockenschrank gewesen sind, genauso häufig kontaminiert sind wie vorher. Also das hat keine Auswirkung, die Aufbereitung ist es. Und der Trockenschrank ist dafür da, den Endoskopzustand, so steht es auch in der Norm, den Zustand des Endoskopes nach der Aufbereitung zu erhalten, aber nicht zu verbessern. Dafür ist er nicht ausgelegt. Also man kann sich um eine anständige Aufbereitung nicht rumdrücken, wenn ich das Ding hinter angeblich trockne. Das ist ziemlich schwierig. Also ich bin da völlig, wenn es nicht unten raustropft und dann hängen natürlich die Bakterien dran und können reinwachsen. Das ist richtig, ich darf nicht mehr tropfen. Aber innenknochen trocken muss das nicht sein. Also viele RWGs schaffen die Trocknung nicht. Einige haben die auch gar nicht. Ich muss auf jeden Fall dann manuell trocken blasen. Und dann ist halt die Frage, wie mache ich das? Einfach mit einer Druckluftpistole? Ja, kann ich machen. Aber mit medizinischer Druckluft und vernünftiger mikrobiologischer Qualität. Das ist Voraussetzung. Ich darf da nicht hinterher irgendwie Raumluft oder es gibt ja auch die Systeme, die keinen Filter haben, die gerade in Praxen genommen werden, wenn ich keine medizinische Druckluft habe. Ich muss eben sicherstellen, dass ich dann durch die Druckluft da nichts mehr reinblase. Und was halt eben auch nicht sein darf, dass ich das Endoskop irgendwo aufhänge an der Wand. Ganz kriminellerweise ein Infusionsständer und das Baumhöl dann noch. Sodass ich dann den Hals trocknen lasse, das geht erstmal gar nicht, auch wenn ich dann irgendwas anschließe. Also wenn ich auch jetzt über eine längere Zeit es trocknen will und es anschließe, dann muss ich es aber auch in einer entsprechenden Banner halt eben liegen haben oder auf dem Tisch, wo es aber auch kontaminationsgeschützt ist. Ja, also man muss wirklich vor Ort gucken, wie ist die individuelle Situation und was bringt die Maschine, wie viel Restfeuchtigkeit ist da noch drin und wie kann ich in dieser Situation nachtrocknen. Also da wieder Angaben zu machen, schwierig, schwierig. Gut, wir laufen ein bisschen aus dem Zeitrahmen. Eine nehmen wir aber noch, weil eine noch, die finde ich auch noch ziemlich interessant. Gibt es eine Empfehlung für die Aufbereitung, für die Intervalle der Aufbereitung der Trocknungsschläuche in den Trockenschränken drin? Da müssen wir mit den, für den, nach dem Hersteller des Trockenschranks halt eben gucken. Der muss das im Prinzip mit angeben. Richtig. Gut, Dankeschön. Okay, wenn wir im Anschluss noch Zeit haben, dann werden wir auf jeden Fall auch noch Fragen aus dem Chat aufgreifen zu dem ersten Vortrag, würde ich sagen. Dann würden wir jetzt zu Dr. Johannes Lenz kommen, der über Anforderungen an moderne Desinfektionsmittel spricht. Ja, denn erstmal nochmal herzlich willkommen auch in die Runde und danke an die Kollegen für die freundlichen Einleitungsworte. Wir merken schon, ich teile mal nebenbei den Bildschirm, dass wir das Richtige haben. Halt, ich muss erst den anderen Bildschirm teilen. Wir haben gerade schon in der Diskussion gemerkt, das Thema Trocknung ist natürlich sehr, sehr wichtig. So, mal kurz bitte Bescheid geben, ob das alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Ja, die Trocknung wird natürlich dann auch dadurch beeinflusst, wie die Desinfektion abläuft. Und wenn wir eine vernünftige Desinfektion haben, dann werden wir damit auch gar nicht die größten Probleme haben. Sehen Sie jetzt schon den... Und dann nochmal den Bildschirmmodus, genau. Sie sehen jetzt, sehen Sie den Modus, den ich möchte. Alles klar, gut. Dann kommen wir auch direkt zur Sache. Ja, so, ich möchte ein bisschen was über Anforderungen an moderne Desinfektionsmittel für flexible Endoskope erzählen. Der Schwerpunkt hierbei soll definitiv auf dem Thema Wirksamkeiten liegen, weil ich mich da doch am besten auskenne. Desinfektionsmittel. Desinfektion war schon immer ein Thema von Instrumenten, muss man sagen. Es wird längerer Zeit schon operiert. Früher ging das etwas simpler, einfacher, kann man vielleicht sagen. Es wurde entweder vielleicht in heißem Wasser auch ausgekocht, ein Instrument. Es wurde abgeflämmt. Es sind sehr effektive Desinfektionsmaßnahmen, muss man sagen. Heutzutage sind die Instrumente etwas doch deutlich komplexer als damals. Speziell flexible Endoskope können hohe Temperaturen nicht mehr ab. Deswegen sehen wir, dass mittlerweile Desinfektionsmittel eher so aussehen. Worauf möchte ich in den nächsten Minuten eingehen, Ihnen ein bisschen was erzählen. Erstmal natürlich, was das Ziel der Desinfektionsflexibler Endoskope ist. Dann ein paar Worte zu regulatorischen Anforderungen, weil Desinfektionsmittel nicht ohne weiteres einsatzbar sind. Dann der Hauptteil, der Nachweis der Wirksamkeiten. Hier speziell, wie ist es mit den europäischen Prüfmethoden, die mittlerweile aktuell der Standard sind. Ein paar Worte zum geforderten Wirkspektrum, wenn wir von der Desinfektion reden. Welche Wirkstoffe können das überhaupt und wo finde ich Informationen zu diesen Produkten? Speziell hier das Thema Listungen. Fangen wir an mit dem Ziel der Desinfektion. Ganz klar, wir wollen verhindern, dass Krankheitseräger von einem Endoskop, sprich über das Endoskop von einem Patienten zum nächsten, übertragen werden. Losokomiale Infektionen sind hier immer wieder das Schlagwort. Die möchten wir natürlich verhindern. Und was nicht zu vergessen ist, möchten wir natürlich auch immer das Personal vor Infektionen schützen. Auch, dass hier natürlich die Handhabung kein Risiko für den Anwender darstellt. Damit wir das Risiko kennen, müssen wir natürlich auch ein bisschen wissen, was für Erreger finden wir eventuell auf Endoskopen? Welche Infektionseräger können auf bestimmten Endoskoptypen verstärkt vorkommen? Welche wären ein Anzeichen dafür, dass vielleicht eine Aufbereitung nicht richtig funktioniert hat? Wir sehen die unterschiedlichen Endoskoptypen hier. Bei Koloskopen zum Beispiel ganz klar sehen wir hier mögliche Darmkeime. Scherecha coli, Clostridium difficile ist auch immer wieder mal ein Schlagwort, was man hört. Aber auch Viren können wir dauernd auf diesen Koloskopen finden. Wenn wir uns Bronchioskope angucken, sehen wir Tuberkuloseerreger, sprich Mycobakterien. In Gastroskopen, Helicobacter pylori zum Beispiel oder auch Hepatitis-Erreger, sprich behüllte Viren. Sie sehen schon, es ist ein unterschiedlicher Mischmasch aus Mikroorganismen, was uns hier begegnen kann. Und das muss natürlich auch ein Desinfektionsmittel im Endeffekt leisten können. Wenn wir uns dann nämlich angucken, was im Prinzip ein Desinfektionsmittel leisten muss, und dann sind wir bei den Anforderungen, bei den Prüfungen. Desinfektionsmittel für flexible Endoskope, sprich für die Aufbereitung oder die Desinfektion von Medizinprodukten, sind selbst auch Medizinprodukte. Das heißt, nach der Medizinprodukteverordnung werden hier hohe Anforderungen gestellt und es müssen Nachweise erbracht werden. Die Grundlagen sind damit, überhaupt so ein Desinfektionsmittel als Medizinprodukt zugelassen wird und somit einsetzbar ist. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die Wirksamkeit. Ganz klar, bei der Desinfektion wollen wir die Desinfektionswirkung natürlich nachgewiesen haben. Aber es ist nicht der einzige Punkt. Andere Themen wie Materialverträglichkeit spielen eine große Rolle. Sie wissen ja selber, wie anfällig viele Materialien in den Endoskopen sind. Man möchte die öfter einsetzen. Dadurch dürfen sie natürlich auch nicht materialschädigend sein. Das Thema Toxikologie, Umweltverträglichkeit kriegt eine immer größere Rolle natürlich auch hier. Lagerstabilität. Für Sie als Anwender natürlich sehr wichtig, dass das Produkt auch am Ende des Verfalls oder kurz vorm Verfallsdatum noch das hält, was es verspricht. Und es gibt noch viele andere, weitere Informationen oder Daten, die erhoben werden müssen, damit nachher dieses Produkt das CE-Zeichen bekommen kann, was denn der Nachweis dafür ist, dass es als Medizinprodukt zugelassen ist. Und dieses CE-Zeichen findet man generell immer auf den Etiketten. Dazu ist man als Hersteller, wie auch wir als Dr. Weigert verpflichtet, das dort anzugeben. Zudem finden Sie es auf den Produktmerkblättern. Also wenn Sie dieses CE-Zeichen dort nicht finden, dann sollten Sie noch mal gucken, ob das Produkt überhaupt entsprechend zugelassen ist, vielleicht veraltet ist. Einfach noch mal beim Hersteller nachfragen und gucken, was dort dafür die Gründe sein könnten. Kommen wir zu meinem Schwerpunkt hier. Ich habe ja gesagt, die Wirksamkeiten. Ein wichtiger Punkt, der belegt werden muss, wenn man Desinfektionsmittel in den Markt bringt und anwenden will. Ich möchte Ihnen einen kurzen Einblick geben, wie diese Wirksamkeitsprüfungen ablaufen. Also das heißt, Desinfektionsmittel werden nach standardisierten Methoden geprüft. Standards sind im Moment die europäischen Prüfmethoden. Das macht das Ganze einfacher für alle, muss man sagen. Und das Prinzip dieser Prüfung ist immer gleich. Wir haben ja vorhin gesehen, wir haben unterschiedliche Erregertypen, Bakterien, Viren, Mykobakterien. Aber das Prinzip der Prüfung läuft immer identisch ab. Das heißt, ich nehme eine Desinfektionsmittellösung, sprich mein Produkt, brauche Mikroorganismen, die entsprechenden der Art der Mikroorganismen wie Bakterien oder Mykobakterien, arbeite in der Regel mit einer Anschmutzung, die eine organische Anschmutzung simulieren soll. Hier wird in der Regel Blut benutzt, falls doch die Reinigung nicht ganz funktioniert hat und man sehen will, ob der Einfluss des Desinfektionsmittel oder ob das Desinfektionsmittel dadurch negativ beeinflusst wird. Das alles gebe ich in ein Gefäß und gucke, ob mein Desinfektionsmittel in der Lage ist, die Anzahl der Mikroorganismen so weit zu reduzieren, dass wir von einer erfolgreichen Wirksamkeit sprechen können. Diese Reaktion lasse ich so lange laufen, wie meine empfohlene Einwirkzeit ist. Das sind in der Regel ja fünf bis zehn Minuten, sage ich mal, bei Produkten für die Schlussdesinfektion. Dann stoppe ich diese Reaktion, indem ich die Wirksamkeit aufhebe. Wir sprechen hier auch von einer Neutralisation und am Ende werden die überlebenden Mikroorganismen ausgezählt. Und wenn ausreichend abgetötet worden sind, inaktiviert worden sind, spricht man von einer effektiven, von einer erfolgreichen Wirksamkeit. Dieses Prinzip ist jetzt für jede Wirksamkeit gleich, egal ob ich von einer Bakterizidie, von einer Fungizidie, von einer Virozidie spreche. Damit ich jetzt aber auch genau weiß, nach welcher Methode ich denn welche Wirksamkeit belegen muss, gibt es die europäischen Prüfmethoden. Und die sind, ja es gibt ein mehrstufiges Verfahren, dieses Prüfverfahren ist in mehrere Phasen aufgeteilt, kann man sagen, die durchlaufen werden müssen, um eine Wirksamkeit ausloben zu können für uns als Hersteller, damit sie wissen, wie die Wirksamkeit wirklich ist. Es gibt drei Phasen nach dem europäischen Prüfmodell, auf die ich jetzt aber gar nicht alle eingehen möchte, weil man muss sagen, für den Wert, der nachher auf dem Produkt steht, sind nur die Prüfungen der Phase 2 relevant. Und die möchte ich Ihnen ganz kurz erläutern. Es geht los mit der Stufe 1, das ist ein sogenannter quantitativer Suspensionsversuch, sprich kurz gesagt ein Reagenzlasttest. Hier wird unter Berücksichtigung von Anwendungsbedingungen, sprich Temperatur, Belastung, Einwirkzeit, wird hier geguckt, nach dem Verfahren, was ich Ihnen gerade auf der Folie vorgezeigt hatte, ob eine Wirksamkeit vorliegt. Und wenn dieser Test bestanden ist, dann geht man in den Stufe 2-Test. Das ist der sogenannte praxisnahe Keimträger-Test. Dieser Suspensionsversuch spiegelt mit als Reagenzglasversuch natürlich nur bedingt die Realität wieder und ist auch für alle Arten von Desinfektionsmitteln gleich. In diesem Keimträger-Test soll jetzt diese Anwendung möglichst nah simuliert werden. Das heißt, wenn wir von einem Instrumenten-Desinfektionsmittel reden, simulieren wir das Eintauchen eines Instrumentes in eine Desinfektionsmittellösung. Und hier wird mit einem Glasobjektträger gearbeitet, der kontaminiert wird mit den entsprechenden Mikroorganismen. Auch hier wird dann geguckt, ob unter Anwendungsbedingungen eine Wirksamkeit vorliegt. Und wenn das auch der Falle ist, sprich beide Tests bestanden sind, dann darf ein Produkt zum Beispiel als Bakterizid ausgelobt werden. Und hierbei ist natürlich auch ganz wichtig, die Ergebnisse können natürlich unterschiedlich sein. Das heißt, hier muss natürlich in der Regel auf den sozusagen schlechteren Wert zurückgegriffen werden, um eine sichere Wirksamkeit auch gewährleisten zu können. Ich habe von Standardmethoden gesprochen. Woher weiß man jetzt, welche sind das denn? Und da gibt es eine europäische Norm, das ist die EN 14885. Diese wird alle Jahre regelmäßig überarbeitet. Und die gibt, man kann sagen, einen Überblick über die bestehenden europäischen Methoden, die zur Wirksamkeitsprüfung verfügbar sind. Hier sind Prüfungen für verschiedene Anwendungsbereiche, wie für den Bereich des Gesundheitswesens, sprich den medizinischen Bereich, der für uns heute relevant ist, aufgeführt. Andererseits aber auch zum Beispiel für Produkte, die für den Lebensmittelbereich sind. Und ich möchte Ihnen anhand des Beispiels des medizinischen Bereichs mal zeigen, wie sowas aussieht. Keine Sorge, wir gehen jetzt nicht auf alle Zahlen hier ein. Diese Tabellen sind im Prinzip relativ simpel zu verstehen. Auf der linken Seite sieht man die bestimmten Wirksamkeiten, die nachgewiesen werden können. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal, dass wir das Produkt, dass wir zeigen wollen, ob das Produkt Bakterizid ist. Und an der oberen Zeile sehen wir die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Das könnte Händedesinfektion sein, Oberflächendesinfektion. Für uns spielt die Instrumentendesinfektion jetzt die große Rolle. Und in dieser Spalte sehen wir dann alle Standardmethoden, die es gibt. Und wenn wir dann wissen wollen, welche wir für die Bakterizid nehmen wollen, müssen wir im Prinzip gucken, wo die Schnittstellen sind. Und sehen auch hier, dass es auch nach Phase 2, Stufe 1 und 2 aufgeteilt ist. Und wissen dann, die Bakterizidie muss für ein Instrumentendesinfektionsmittel nach EN 13727 und EN 14561 belegt sein. Wie gesagt, nur wenn beide Tests bestanden sind, ist eine Auslobung als Bakterizid zulässig. Das zieht sich im Prinzip für alle Wirksamkeiten durch, wie man das hier sieht. Bei manchen sehen Sie noch Lücken. Zum Beispiel, da gibt es noch keinen etablierten Phase 2, Stufe 2, sprich Keimträger-Test. Nur dann ist auch eine Auslobung auf Basis des Suspensionsversuchs zulässig. Ansonsten ist es nicht der Fall. Ja, wenn wir jetzt wissen, was für Mikroorganismen können uns begegnen, was für Infektionserreger, wie wird im Prinzip die Wirksamkeit belegt, dann müssen wir natürlich noch wissen, welche Wirksamkeiten brauchen wir überhaupt. Sprich, welches Wirkspektrum ist erforderlich für die Aufbereitung von flexiblen Endoskopen? Hier gibt die Kringko-BFarm-Empfehlung auch eine Hilfestellung oder eine Empfehlung ab. In der Anlage 8, wo es speziell um die Aufbereitung flexibler Endoskope und Zusatzinstrumentarium davon geht, ist geschrieben, dass Desinfektionsmittel nur mit nachgewiesener Bakterizider-, Virozider- und Fungizider-Wirksamkeit eingesetzt werden dürfen. Man muss jetzt sagen, wenn man in den allgemeinen Teil der Kringko-BFarm-Empfehlung guckt, gehen die noch etwas weiter. Hier steht nämlich drin, dass für die abschließende Desinfektion von semikritischen Medizinprodukten, wobei es sich ja definitiv um bei flexiblen Endoskopen handelt, diese Bakterizid einschließlich Mykobakterien, sprich auch Mykobakterizid, Fungizid und Virozid sein müssen. Und da der allgemeine Teil ganz klar sagt, dass es bei semikritischen Medizinprodukten für die Schlussdesinfektion dieses Wirkspektrum gegeben sein muss, würde ich auch im Zweifelsfall immer dazu empfehlen, sich auf diesen Passus zu beziehen und nicht auf den aus der Anlage 8. Dann müssen wir natürlich als nächstes gucken, welche Wirkstoffe oder Produkte können das überhaupt leisten, weil Sie können sich vorstellen, wir wissen ja, wir haben verschiedene Desinfektionsmittel im Einsatz. Es gibt nicht das eine Produkt, was alles kann oder das zerstört auch vieles. Wenn wir uns mal diese Tabelle hier angucken, ich möchte nur kurz auf den oberen Teil eingehen, links oben sind die Desinfektionswirkstoffe zu sehen, so die gängigsten wie P-Essigsäure, verschiedene Aldehyde, Alkohole, Amine. Und wir gucken uns nochmal ganz rechts das Wirkspektrum an, wo die blauen Punkte sind. Da sehen wir aufgeteilt nach Bakterien, Viren und Pilzen. Man kann es ganz einfach interpretieren, je dunkler das Blau, desto besser ist die Wirksamkeit. Und wenn wir uns dann mal angucken, welche Wirkstoffe überhaupt in der Lage sind, dieses breite Wirkspektrum abzudecken, sehen wir ganz schnell, dass nur P-Essigsäuren und die Aldehyde eigentlich dazu in der Lage sind. Vorm Aldehyd, damit will und darf heutzutage keiner mehr arbeiten. Also reden wir in der Regel von P-Essigsäuren und hauptsächlich Plutaldehyd. Und darauf basieren auch heutzutage die gängigen Desinfektionsmittel. Jetzt haben wir viel gehört über das forderte Wirkspektrum. Und ganz in der ersten Tabelle, wo die Infektionserreger aufgeführt waren, kam ja auch Clostridium difficile zur Sprache. Was ist damit? Weil wir ja keine sporezide Wirksamkeit haben, die hier gefordert ist. Auch hier gibt die Kring-QB-Farm-Empfehlung Hilfestellung. Hier wird gesagt, eine Kombination aus sorgfältiger Vor- und Hauptreinheit sowie einer Instrumentendesinfektion auf Basis von Glutaldehyd und P-Essigsäure, also oder P-Essigsäure, muss es besser heißen, ist hier der empfohlene Weg. Das deckt sich mit dem, was ich Ihnen auch gerade gezeigt habe. Was man jetzt dazu noch ergänzen kann, ist allerdings, seit 2019 gibt es eine Phase-2-Stufe 1, sprich einen quantitativen Suspensionsversuch, die EN17126, wo die Wirksamkeitsprüfung gegen Clostridium difficile möglich ist. Und Sie merken jetzt, dass immer mehr Produkte auch mit dieser Auslohnung in den Markt kommen und auch immer mehr damit werden. Also das wird der Standard bald sein. Also fragen Sie bei den Herstellern auch gerne schon mal nach, wie das damit aussieht. Was man dazu noch sagen muss, ist, P-Essigsäure ist bereits häufig unter Anwendungskonzentration für die anderen Wirksamkeiten auch gegen Clostridium difficile wirksam. Das heißt, da sind meistens auch gar keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. Bei Aldihydlen ist das ein bisschen anders. Diese sind unter Anwendungsbedingungen nicht gegen Bakteriensporen wirksam. Hier wird häufiger mal aber, gibt es zusätzliche Verfahrensprüfungen, die von Desinfektionsmittelherstellern, wie auch von uns, durchgeführt werden, um zu zeigen, dass Verfahren mit bestimmten Reinigern, Kombinationen auch definitiv eine Abreicherung von Clostridium difficile zur Folge haben. Im Servizfall diese doch auch einfach mal beim Hersteller anfragen. Dann noch, wo finde ich natürlich Informationen zur Wirksamkeit? Wo kann ich Produkte auch vergleichen? Auch hier gibt die Kring-QB-Farm-Empfehlung wieder eine Hilfestellung. Sie sagt, für manuelle Desinfektionsmittel findet man diese in der VAH-Liste. Die wird wahrscheinlich den meisten hier auch bekannt sein. Die VAH-Liste führt Produkte auf, die nach den VAH-Methoden geprüft sind. Diese sind größtenteils vergleichbar mit den EN-Methoden. Was aber wichtig ist, hier sind wirklich nur manuelle Produkte aufgeführt. Das heißt, für maschinelle Produkte, die Sie auch häufig einsetzen, finden Sie hier keine Angaben. Die können Sie hierüber nicht vergleichen. Was zur VAH-Liste noch zu sagen ist, die gibt es einmal als Buch, was beim MAP-Verlag kostenpflichtig angefordert werden kann. Mittlerweile wird es ziemlich jährlich überarbeitet. Ich würde immer empfehlen, in die Online-Liste zu gucken. Die ist seit 2018 auch kostenfrei einsehbar und ist natürlich immer auf dem aktuellsten Stand. Ich habe gesagt, da sind nur manuelle Produkte zu finden in dieser Liste. Wie ist das mit den maschinellen? Auch hier gibt die Kring-QB-Farm-Empfehlung eine Orientierung, die allerdings nicht mehr ganz dem heutigen Stand entspricht. Hier wird gesagt, dass es derzeit keine Listungen dafür gibt. Das stimmt mittlerweile nicht mehr ganz. Und hier wird dann auf Wirksamkeitsgutachten verwiesen. Die findet man sehr gut in der IAO-Desinfektionsmittelliste, wo halt nur Produkte aufgeführt sind, die nach den neuesten EN-Methoden geprüft sind. Und diese IAO-Desinfektionsmittelliste wurde auch 2020, sprich im ersten Quartal, neu aufgelegt, hat ein ganz neues Erscheinungsbild und deckt verschiedene Bereiche ab. Und deckt die Bereiche für den Gesundheitswesen ab, unter anderem auch für die Lebensmittelhygiene oder Industrie und auch für die Wäschedesinfektion. Aber uns interessiert natürlich der Bereich des Gesundheitswesens. Wie gesagt, sie ist neu aufgelegt worden, hat ein neues Erscheinungsbild. Kurzer Auszug. Man findet hier einzelne Reiter, wie zum Beispiel für die manuelle und auch für die maschinelle Instrumentendesinfektion. Das heißt, auch hier finden Sie Informationen für die manuelle Instrumentendesinfektion, nicht nur in der VAH-Liste. Und wenn Sie auf so einen Reiter gehen, kriegen Sie eine Liste mit den Produkten, wo Sie auch filtern können und im Prinzip die Anwendungsempfehlungen für die einzelnen Wirksamkeiten finden können. Auch diese Liste ist wie die VAH-Liste kostenfrei einsehbar. Ich würde sagen, gucken Sie sich einfach beide Listen mal an, wie Sie sich auch am besten damit da zurechtfinden und orientieren können. Ja, dann bin ich auch schon am Ende meines Vortrags. Was wollte ich Ihnen gerne mitgeben in den letzten Minuten? Flexible Endoskope müssen desinfiziert werden. Das machen wir aus Gründen des Patienten- und Personalschutzes. Ganz klar. Es gibt nach der Kring-QB-Farm-Empfehlung ein definiertes Wirkspektrum zur Schlussdesinfektion. Dieses muss auch wirklich zwingend eingehalten werden. Gerade wenn wir nicht sterilisieren können, ist es natürlich unerlässlich. Die Wirksamkeiten werden nach EN-Methoden geprüft und belegt. Das ist auch Bestandteil und verpflichtend, um das CE-Zeichen zu bekommen, damit ein Produkt als Medizinprodukt zugelassen werden kann. Also auch das ist verpflichtend. PS-Säure und Aldehyde sind im Prinzip die Wirkstoffe, die die Anforderungen an die desinfizierende Wirksamkeit, die hier gefordert wird, das Wirkspektrum, was benötigt wird, erfüllen. Darauf basieren auch die gängigen Produkte für die Aufbereitung von Flexible Endoskopen. Die VH-Liste beinhaltet Informationen nur für manuelle Desinfektionsmittel. Da muss man aufpassen. Maschinelle Produkte, diese Informationen dazu findet man in der IHO-Desinfektionsmittelliste, wo auch die Produkte alle nach den EN-Methoden geprüft sind. Und man findet dort auch Informationen zum manuellen Produkt. Des Weiteren, was ich am Anfang kurz angerissen habe, ist, die Desinfektionswirkung ist natürlich der wichtigste Punkt, wenn wir von einem Desinfektionsmittel reden. Aber auch andere Eigenschaften, wie natürlich die Materialverträglichkeit oder Lagerstabilität, was wir alles haben, sind natürlich relevant und müssen ausreichend belegt und nachgewiesen sein, damit so ein Produkt auch wirklich das hält, was es verspricht. Ja, damit wäre ich auch am Ende meiner Präsentation. Ich möchte mich erstmal für die Aufmerksamkeit bei Ihnen bedanken und freue mich auf Fragen und Diskussionen, wie wir sie eben gerade auch schon hatten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Johannes. Dann nehmen wir gleich die erste Frage aus dem Chat. Gibt es Kompatibilitätsprobleme oder was gibt es zu beachten zwischen manuellen und maschinellen Produkten? Also, ja gut, wir haben ja in der Regel, wenn die Vorreinigung manuell ist und es danach in die Maschine geht, sollte man natürlich gucken, dass diese Produkte von den Wirkstoffen her kompatibel sind. Es ist zum Beispiel bekannt, dass Amine mit Aldehyden reagieren. Das heißt, wenn wir aminhaltige Produkte in der Vorreinigung haben, ist ein dringendes und ordentliches Zwischenspülen erforderlich. Ich würde immer dann empfehlen, zu gucken, ob man nicht ein Alternativprodukt für den Vorreinigungsschritt haben kann, dass man hier wirklich keine Belege dadurch bekommt. Diese Belege sind auch reversibel, die kriegt man auch wieder weg, aber man kann das Problem natürlich schon von vornherein ausschließen. Also, das ist so das Wichtigste. Ansonsten immer gucken, ob beim Hersteller nachfragen, ob eine Verschleppung in die Maschine Probleme machen könnte. Manuell Produkte schäumen manchmal mehr als maschinelle Schaumbildung, kann in der Maschine immer wieder mal zu Problemen führen. Aber in der Regel wird da natürlich auch bei der Entwicklung der Produkte drauf geachtet. Gibt es da erfahrungsgemäß Methoden, also wenn man zum Beispiel mit Wasser nachspült, dass man die Vorreinigungsprodukte wegbekommt oder wird erfahrungsgemäß immer auch über so einen Spülschritt hinweg was verschleppt? Also man muss davon ausgehen, dass ein gewisser Teil mit Sicherheit immer verschleppt wird. Das ist minimal und in der Regel wird auch überprüft, dass natürlich eine Verschleppung keinen Einfluss hat. Das ist so der Punkt. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, wir gehen ja in den nächsten Reinigungsschritt. Das heißt, wir haben immer noch mal, wir haben nach der Vorreinigung erst noch mal eine Reinigung in der Maschine und dann erst die Desinfektion. Das heißt, man hat dann noch mal wieder den Punkt, dass der manuelle Vorreiniger ja auch schon wieder abgespült wird. Und zwischen diesem Reinigungsschritt in der Maschine und dem Desinfektionsschritt, da gibt es Nachweise von den Herstellern, dass eine Verschleppung wirklich keinen negativen Einfluss auf die Desinfektionsleistung hat. Weil diese Spülschritte auch immer kürzer werden, teilweise weggelassen werden in den Maschinen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und einfach auch zu verhindern vielleicht, dass die Verschleppung von dem Vorreiniger in die Maschine eine Relevanz hat. Viele maschinellen Produkte sind auch geeignet für die manuelle Vorbehandlung. Das heißt, man kann mit dem gleichen Produkt auch dort arbeiten. Dann hat man natürlich gar keine Probleme, was die Verschleppung angeht. Und gibt es was zu beachten, wenn man Produktwechsel macht? Im Prinzip die gleichen Sachen. Die Antwort ist definitiv identisch. Ich muss gucken, welche Wirkstoffe hatte ich vorher drin? Muss ich vielleicht zwischenspülen, damit keine Rückstände entstehen? Da sind wir wieder bei dieser Amin-Aldehyd-Problematik. Ansonsten, ich sage mal, so ein Wechsel von einem PSI-Säure zu einem aldehydhaltigen Produkt ist meistens auch mit einem Maschinenwechsel verbunden. Das heißt, das hat erstmal, was die Maschine angeht, eine andere Relevanz. Wenn es ein manuelles Vorreinigungsprodukt ist, genau das Gleiche, was ich gerade schon sagte. Ich würde auch dort gucken, ob die Kompatibilität gegeben ist, ob man vielleicht auch die Instrumente einmal deutlich zwischenspülen müsste, bevor man das wechselt. Da würde ich aber auch immer empfehlen, wirklich beim Hersteller nachzufragen. Man muss vielleicht auch einzelne Aspekte von der Validierung dann nochmal wiederholen, wenn man das Produkt gewechselt hat, dass eine Rekalifizierung dann praktisch stattfindet. Eine Frage, Johannes, du hattest über die Desinfektionswirkstoffe gesprochen. Eine Frage kam rein. In Zeiten von Covid-19 spielt auch die Flächendesinfektion eine wichtige Rolle. Und einige Endoskophersteller benennen nun Flächendesinfektionsmittel auf Basis von H2O2. Hat das einen Grund? Oder ist die Wirksamkeit besser als Produkte auf Alkoholbasis? Nein, man muss doch wieder sagen, es gibt dort einfach kein Besser und Schlechter. Der Covid-19-Erreger ist ein behülltes Virus. Das heißt, ich brauche eine begrenzte Virozidie. Das ist eindeutig. Und da gibt es keine... Wir reden ja hier, wenn wir von der Schlussdesinfektion reden, haben wir immer eine volle Virozidie. Das heißt, damit wird eine Wirksamkeit dagegen sowieso abgedeckt. Und bei der Flächendesinfektion, auch wie gesagt, man sollte darauf achten, dass es eine begrenzte Virozidie hat. Ich würde es nicht vom Wirkstoff her abgeben, abhängig machen. Da ist es eher so die Frage, dass man dann natürlich gucken muss, ob das Produkt vielleicht irgendwie inkompatibel mit dem Instrumentendesinfektionsmittel sein kann. Weil ich zum Beispiel, wenn ich ein aldehythaltiges Produkt für die Flächendesinfektion einsetze, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde für die Routine, aber ich nehme ein aminhaltiges Produkt in meinem Voreinigungsbäken und ich tropfe was daneben, dann habe ich Verfärbungen auf meinen Oberflächen. Die haben jetzt erstmal nur einen kosmetischen Charakter, aber sind natürlich auch nicht wirklich... möchte man auch nicht haben, aber grundsätzlich sind, ist durch den Erreger von Covid-19 sind keine besonderen Maßnahmen, was die Flächendesinfektion angeht, erforderlich, weil in der Regel wird immer mit begrenzt Virozidenprodukten gearbeitet. Das ist eigentlich die wichtigste Aussage hier. Gut, dann kam eine Frage noch rein. Es gibt ja Produkte, die kann man zur desinfizierenden Vorreinigung nehmen und nachher zur Schlussdesinfektion. Und da ist die Frage, reicht es, muss ich da richtig Zwischenwässern, also muss ich ein Zwischenspülen machen oder reicht es, wenn ich eine gründliche Entleerung mache zwischen dem Reinigungs- und dem Desinfektionsschritt? Also ich sage mal so, das Zwischenspülen ist dort nicht ganz so wichtig, wie wenn ich wirklich andere Produkte nehme, aber ich muss natürlich auch bedenken, ich verschleppe immer was, wenn ich ein Endoskop nicht gründlich durchspüle danach wieder im Zwischenschritt, verschleppe ich was von meinem Vorreinigungsbad in das Desinfektionsbad. Dadurch habe ich eine andere Belastung. Dadurch kann es sein, dass die Wirksamkeit natürlich irgendwann herabgesetzt wird, gerade bei Pästhesäureprodukten, die halt auch wirklich mit allem organischen Materialien dann reagieren. Um auf Nummer sicher zu gehen, ich würde immer empfehlen, den Zwischenschritt unabhängig davon gründlich zu machen. Das ist halt so der Punkt. Gut, jetzt haben wir noch weitere Fragen. Zwei Fragen machen wir noch. Einmal, welche Wirkstoffe fixieren Eiweiß? Ja, also Aldehyde fixieren Eiweiße definitiv. Deswegen ist eine, also im Prinzip beide muss man sagen, wenn sie für die Schlussdesinfektion eingesetzt werden, auch die Pästhesäure. Deswegen ist es bei beiden ganz wichtig, dass die Reinigung funktioniert. Wenn ich eine mangelhafte Reinigung habe, dann kann ich diesen Effekt haben. Pästhesäure wird ja auch für die Vorbehandlung eingesetzt, für die desinfizierende Vorreinigung. Da wird in der Regel aber mit einer neutralen Pästhesäure gearbeitet. Und die Pästhesäure fixiert sehr stark, wenn sie im niedrigen pH-Bereich ist, im sauren Bereich, allerdings nicht im neutralen Bereich. Und deswegen haben wir dort, können wir die neutrale Pästhesäure ja überhaupt nur zur desinfizierenden Vorreinigung einsetzen. Also das ist halt der Punkt für die Stoßdesinfektion, damit sie funktioniert. Und es ist immer wichtig, dass die Reinigung sehr, sehr gründlich gemacht wird. Und dann habe ich auch keine Fixierungsprobleme. Und sonst eine letzte Frage noch. Sollte zur Vorreinigung zwingend ein enzymatischer Reiniger verwendet werden? Nicht zwingend, nein. Die Vorreinigung soll ja den maschinellen Prozess unterstützen, wenn wir jetzt davon reden. Und das heißt natürlich, es gibt da verschiedene Theorien. Ich würde nicht sagen zwingend. Es ist tatsächlich wichtig, dass die Reinigung gründlich gemacht wird, dass sie vernünftig funktioniert. Es gibt da auch kein Für oder Wider, ob jetzt ein enzymatischer Reiniger da besser ist oder nicht. Das muss tatsächlich wirklich vorderlich ausprobiert werden. Es haben ja viele andere Faktoren noch einen Einfluss, wie die Wasserqualitäten, die eingesetzt werden. Da muss vielleicht auch ein bisschen geguckt werden, welcher das optimale Produkt denn dort ist. Aber es muss nicht zwingend ein enzymatischer Reiniger eingesetzt werden. Gut, okay. Herzlichen Dank. Dann gehen wir rüber zum letzten Themenblock, zu Frau Professor Heike Martini. Da ist das Thema Desinfektion versus Sterilisation. Diese Diskussion kam ja auf, nachdem insbesondere in Amerika immer nach ERCPs sogar Tote zu berichten waren. Und dann hat eine Fachgesellschaft sogar gesagt, man sollte überlegen, ob man Endoskope nicht sterilisiert, einfach um eine größere Sicherheitsmarge zu haben. Die Position wurde in Europa nicht ganz so übernommen. Und jetzt möchte ich an Frau Martini weitergeben. Und Sie werden uns bestimmt an den letzten Stand der Diskussion berichten. Ja, jetzt muss ich mein Mikro wieder einschalten. Okay, ja. Schön, dass Sie hoffentlich viele mir zuhören. Komisch, dass ich Sie nicht sehe, aber ich glaube, wir werden, die anderen haben es auch geschafft, dann werde ich es auch schaffen. Also Desinfektion oder Sterilisation bei der Aufbereitung flexibler Endoskope. Gucken wir mal. Jetzt schaltet er nicht weiter. Jetzt, okay. Also, ich würde erst mal vorweg sagen, es gab ja in der letzten Zeit von Herrn Professor Leis und mir schon einige schriftliche Äußerungen zur Sterilisation und von Bronchioskopen und Zystoskopen. Und ich wollte eigentlich vermeiden, dass ich das alles wiederhole. Ich habe das auf den Folien aufgeschrieben, wo Sie das nachlesen können. Das ist einmal unser Diskussionsbeitrag. Dann gab es dazu Gott sei Dank einen Leserbrief, den wir sehr ausführlich beantworten konnten und noch mal Literatur dazu bringen. Und es gab einen Leserbrief zu einem Artikel eines RDGE-Herstellers zur Sterilisation von Bronchioskopen. Auch da können Sie noch mal die Argumentation hinsichtlich der Nichtwirksamkeit bei nicht gereinigten Endoskopen sagen. Darum geht es ja eigentlich. Also heute werde ich Ihnen keine Daten präsentieren, die zeigen, dass die Sterilisation und auch natürlich die Desinfektion von verunreinigten Oberflächen fehlschlägt. Ich werde eher sagen, warum man es nicht machen braucht. Und meine Argumentation und meine Schlussfolgerung basieren auf mehreren wichtigen Aussagen. Erstens, die Kring-Ko-B-Farm-Empfehlung wird eingehalten und es wird eine Routineüberwachung durchgeführt. Das heißt, es wird vierteljährlich die Endoskope überprüft und am Ende des Jahres sind alle Endoskope überwacht. Und es sind dabei keine negativen Ergebnisse gewesen. Das heißt, der Prozess ist stabil und funktioniert. Und natürlich, ganz wichtig, die Betreiberverordnung wird eingehalten. Es wird ein validierter Prozess durchgeführt. Das heißt, nachweislich funktioniert das, was ich tue, ordnungsgemäß. Und ich habe damit die Sicherheit, dass ich die ganze Zeit bis zur erneuten Qualifikation vernünftig arbeite. Und nicht ganz unwesentlich sind die Herstelleranweisungen. Das heißt, die Herstelleranweisungen sind vorhanden. Man kennt sie, man hat sie beachtet. Sie sind in der Standards-Arbeitsanweisung auch berücksichtigt. Das heißt, sie sind nicht einfach nur gelesen, sondern man richtet sich auch danach. Und dann sollte ein Endoskop ja auch vernünftig aufbereitet sein können. Und etwas auch, das führt oft zu Missverständnissen. Natürlich ist eine Sterilität zwingend bei operativen Körperöffnungen, wie Endoskope, die für Eingriffe in mikrobiell nicht besiedelte Körperregionen verwendet werden. Also intraoperative Endoskopie, Tyrolangioskopie zum Beispiel, sind in Steriligutverpackungen mit Gas oder gleichwertigen Verfahren zu sterilisieren und Kontaminationsgeschütz aufzubewahren. Das ist Bestandteil der Krenko-Befam-Empfehlung. Und ich glaube, darüber gibt es auch keine Diskussion. Um diese Endoskope geht es in meinem Vortrag nicht. Und auch das hat mir manchmal böse Worte gebracht. Natürlich darf jeder, jeder darf immer sterilisieren, seine Endoskope, wenn er das will. Ich verbiete das keinem und wir untersagen das niemandem. Ich sage Ihnen nur, dass es teilweise eben sinnlos ist, wenn ich nicht richtig reinige. So, was werde ich jetzt aber sagen? Bis jetzt habe ich gesagt, was ich nicht sage, jetzt sage ich Ihnen, wozu ich was sage. Erstmal, wie komme ich zu den sogenannten sterilen Organen, wo ich dann Endoskop eventuell auch sterilisieren sollte, was viele Leute fordern? Wie ist denn die Mikrobiologie dieser Organe? Ist sie denn überhaupt steril? Wie ist der Zustand der Endoskope nach der Aufbereitung? Und dann noch ein paar Argumente für und wieder zur Sterilisation von Bronchioskopen und Zystoskopen. Also, wie komme ich zu den Organen? Da ist für uns wieder Frau Alpha ganz hilfreich. Sie hat schon vor vielen Jahren, also jetzt 21 Jahren, geguckt, was ist in einem Endoskop, das beim Patienten eingesetzt wird, einmal an Organik zu untersuchen und eben auch an einer Mikrobiologie. Und die zehn Bronchioskope, die sie dort dargestellt hat, waren einmal eingesetzt, um mikrobiologische Proben zu kriegen und einmal, um zysiologische Proben zu ziehen. Was hat sie gefunden? Sie hat sowohl im Median als auch im Mittel bis zu 10.000 KBE gefunden, also die ganze Menge. Und die Spanne der KBE, die gefunden wurde in diesen zehn Bronchioskopen, lag zwischen 100 und zwischen 100.000. Also doch eine ganz große Unterschiede, je nachdem, wie gearbeitet worden ist oder warum auch immer dieser Unterschied ist. Ich habe ja schon eine Weile darüber gesucht und auch Herr Leis hat sehr gesucht. Wir haben nichts gefunden über Zysoskope nach der Benutzung. Das heißt also, da hat anscheinend niemand untersucht. Das heißt, wir können jetzt nur den Rückschluss machen von der Besiedlung der Urethra, was denn dort drin ist. Und da weiß man, dass dort Staphylokokken drin sind, Streptokokken, Korinobakterien, Mykobakterien und auch Anaerobobakterien, natürlich auch ganz allgemein Enterobakterien und Enterokokken. Die halten sich in der Urethra bei gesunden Personen auf. Und es ist natürlich völlig klar, und das weiß auch jeder indirekt, dass der Urin nicht steril rauskommt. Denn wenn wir untersuchen, wann ist eine Blasenentzündung da, dann sind Personen, die weniger als 200 bis 1000 Koloniebilder einer Promilliter Urin haben, sind gesund. Das heißt eindeutig, die Urethra ist besiedelt. Wenn Sie noch mal genauer gucken wollen, da gibt es die S3-Richtlinie der AWMF. Dort sind die verschiedenen Harnerkrankungen noch mal aufgeführt. Und da sehen Sie sogar eine asymptomatische Bakteriorie mit 10 hoch 5, also mit 100.000, das ist hier unten der Wert, mit 100.000 koloniebildenden Einheiten pro Milliliter bei Frauen. Also da ist eine Besiedlung. Und daraus kann man natürlich schließen, es ist überhaupt nicht möglich, wenn ich eine natürliche Öffnung passiere, um zu dem Bronchien oder beziehungsweise in die Blase zu kommen, kann das Endoskop nicht ohne Kontamination dorthin kommen. Denn es muss durch diese natürlicherweise besiedelten Schleimhäute durch. Und damit ist das Endoskop nicht mehr wieder desinfiziert und es wäre auch gar nicht mehr sterilisiert oder steril. Jetzt gehen wir mal zu den Organen selber. Es hat sich immer noch nicht rumgesprochen, dass die Lunge kein steriles Organ ist, sondern dass sie ein Mikrobiom hat. Und zwar bei gesunden Individuen, nicht bei Erkrankten. Und dort kann man gucken oder hat man geguckt, welche Erreger denn da zu finden sind. Das sind also verschiedene Stämme, das ist die Stammebene der Mikroorganismen. Das sind also Firmicutes und Bakteroidetes und Proteobakterien. Und auch Gattungen sind dabei, die man gefunden hat. Prevotella valionella streptococcus. Übrigens auch Haemophilus, der ja durchaus als fakultativ pathogener Erreger gilt, ist ein Bestandteil des gesunden Mikrobioms von Menschen. Also nichts mit sterilem Lunge. Das Gleiche gilt für die Blase. Auch hier ist ein Mikrobiom bei gesunden Individuen. Wir haben Lactobacillen, Chorynebakterien, Streptococcus, Actinomyceten, Staphylococcus, Aerooccus, Bifidobacterium, da denken wir gleich alle an Joghurt, Ureoplasma und Actinobaculum. Und siehe da, auch Gattnereller, die ja durchaus als fakultativ pathogener Erreger bekannt ist, ist Bestandteil des gesunden Mikrobioms. Das heißt, wahrscheinlich ist das dann ein Überwuchs von anderen weniger schädlichen Organismen. Also, was ist die zweite Schussfolgerung? Sowohl die Lunge als auch die Blase enthaltenen Mikrobiomen sind keine sterilen Organe. Also wir kommen nicht steril hin und sie sind auch vorher nicht steril. Wie sieht jetzt so ein Endoskop aus, wenn ich es aufbereitet habe? Da hat Frau Beilenhoff schon mal den Weg für mich bereitet. Wir haben die Aufbereitung, die als erstes den Reinigungsprozess hat. Und das ist natürlich das Allerwichtigste bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, dass wir reinigen, weil wie Herr Lenz auch richtig gesagt hat, es geht um die Verhinderung, dass das Desinfektionsmittel mit Bestandteilen der Verunreinigung reagiert. Und für Endoskope, wo keine Schlusssterilisation erforderlich ist, muss eben das Desinfektionsmittel Bakterizid, Fungizid, Tuberkulozid, Mycobakterizid und Virozid sein. Und übrigens, damit ich es nachher nicht vergesse, die Virozidie ist in diesem Falle nicht nach EN-Normen zu machen, sondern nach den Vorgaben der DVV-RKI. Das ist entsprechend BFAM auch verankert. Das heißt, da muss man eventuell gucken, dass man die richtige Konzentration nimmt für die Virozidie. Also das mache ich bei der Aufbereitung. Und dann sollte da auch nichts mehr drin sein. Denn wenn ich gereinigt habe, ist das Desinfektionsverfahren, wenn ich jetzt auch manuell arbeite oder durch Eintauchen, und auf jeden Fall auch in einer Maschine, ist das Wirkungsspektrum ausreichend, um praktisch alles abzutöten. Das Einzige, was nicht abgetötet wird in diesem Falle, sondern wirklich, wie es in der Krinko BFAM steht, manuell entfernt werden muss, sind die Sporen. Deshalb haben wir bis jetzt auch keine sporezide Wirksamkeit. Wobei, nur damit es kein Missverständnis gibt, ich glaube, da ist die Krinko auch nicht ganz präzise. Clostridium difficile ist natürlich Bakterizid, nur die Sporen sind die Schwierigkeit. Also der Erreger selber ist natürlich leicht abzutöten. Die Anforderungen, ich habe mich vorhin ja schon in Diskussionen eingeschaltet, an das Schlussspülwasser sind sehr genau definiert. Das heißt, wir haben die Reinigung, wir haben die Zwischenspülung, wir haben die Desinfektion, wir haben nochmal eine Spülung, dann haben wir eine Schlussspülung. Und das Schlussspülwasser ist in der 15883 Teil 4 über die Reinigungsdesinfektionsgeräte für Endoskope eine sehr hohe Anforderung. Das heißt, es muss kleiner als 10 koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter sein. Das ist also eine ziemlich hohe Anforderung. Und allgemein für alle Endoskope, für alle Endoskope ist das so, und natürlich auch für die manuelle Aufbereitung, auch für die Gastroskope und Koloskope, denn in der Krenko-Befam-Empfehlung steht, wenn es ein maschinelles Verfahren geht, muss das manuelle Verfahren dem maschinellen gleichwertig sein. Das heißt, ich darf in der manuellen Aufbereitung nicht mit schlechteren Wasser spülen. Und speziell für das, was ich heute vorstelle, steht in der Krenko-Befam-Empfehlung nochmal speziell der Hinweis, wenn ich manuelle aufbereite für Bronchioskope und Zystoskope, muss ich steriles oder steril filtriertes Wasser nehmen. Also ich habe ein Endoskop, was richtig gereinigt, gereinigt, desinfiziert und mit dem Schlussspülwasser nicht wieder kontaminiert wird, also zum Beispiel nicht mit VI-Wasser gespült werden darf. Dann habe ich vorhin gesagt, dass die Proben, die in der Krenko-Befam-Empfehlung stehen, die regelmäßige Überprüfung muss gemacht werden und sie muss natürlich auch keine Ergebnisse haben oder nicht zeigen, was nicht drin sein darf. Und die Beprobung ist auch genau definiert. Da steht nämlich, dass pro Kanal 20 Milliliter Natriumchlorid-Lösung genommen wird und in einem sterilen Gefäß aufgefangen wird. Dabei sollte man auch nicht mit dem Endoskop von außen das Gefäß schon mal kontaminieren. Und obligat sind alle zugänglichen Kanäle zu beproben, also Biopsie, Luft- und Wasserkanal. Und optional ist der Absaugkanal zu untersuchen. Aber die anderen drei müssen nachgewiesen werden, dass sie die Qualität laut Krenko-Befam aufweisen. Und zwar für alle Endoskope. Das bezieht sich gar nicht mal nur auf die Bronchioskope und Zystoskope. Alle Endoskope sollen ohne Nachweis sein. Frau Beilhoff hat auch schon mal gesagt, worauf das hinaus zielt. Escherichia coli, andere Enterobakteria 10 oder Enterokokken dürfen nicht drin sein. Das heißt, wenn die nachgewiesen werden, ist auf jeden Fall der Aufbereitungsprozess mangelhaft. Wenn Pseudomonaden, also Pseudomonas aeruginosa, das war zu schnell, andere Pseudomonaden oder Grammnegative Nonfermenter nachgewiesen werden, dann muss man dringend an sein Schlussspülwasser gucken. Denn da kommen diese Erreger dann her und werden dann nach der Desinfektion in das Endoskop wieder eingetragen. Hygienerelevante Erreger hatte Frau Beilenhoff auch schon gezeigt. Wenn ich natürlich mit undesinfizierten Händen das Gerät nach der Desinfektion und nach der Schussspülung anfasse, dann werde ich Hygienerelevante Erreger zumindest außen haben. Wahrscheinlich nicht innen. Das wird schwierig sein, den da ohne was reinzubringen. Weiterhin die vergrünenden Streptokokken. Da steht noch mal eine Einschränkung in Klammern dahinter, wann die nicht da sein dürfen. Ich denke, diese Einschränkung muss man in der Überarbeitung, die übrigens demnächst starten wird, auf jeden Fall streichen. Das ist überflüssig. Auf jeden Fall, sie dürfen nicht da sein. Und der Richtwert der Gesamtkoloniezahl. Das eine waren jetzt die fakultativ- oder auch pathogenen Erreger, die gar nicht da sein dürfen. Und es gibt aber auch eine Anforderung an die Gesamtkoloniezahl und die muss kleiner 1, 1 kW pro Milliliter sein. Und zwar bezieht sich diese Angabe auf das Probevolumen pro Kanal von 20 Milliliter. Es ist auch wichtig, dass man das richtig macht. Wenn ich natürlich mit einer anderen Menge durchspüle, dann ist es nicht mehr 1 von 20, sondern dann ist es eventuell mehr von 20, dass man entsprechend umrechnet und beziehungsweise das ganze Membran filtriert. Auch hier sollten die Abteilungen gucken, ob denn die Labore, die die Proben nehmen und berechnen, ihnen auch die richtigen Werte geben. Die Diskussion kommt oft aus dem Ausland, die wir haben. Und dort wird dann einfach übernommen, was die so fordern und was da so vorgeschrieben wird. Aber das machen wir auch. Oder sehen Sie, das machen die Amerikaner. Das ist ja bei uns sicherlich auch erforderlich. Ich habe Ihnen nur als Beispiel mal mitgebracht, was jetzt von der FDA für Duodinoskope bei der Beprobung gesagt wird. Was denn da drin sein darf hinterher noch? Also das ist nicht vergleichbar mit unseren doch sehr, sehr hohen Anforderungen. Darauf können wir eigentlich ziemlich stolz sein, was wir da haben. Erstmal ist nach der Desinfektion der Alkoholflasche obligat. Der ist vorgeschrieben. Das heißt, die machen nach der Desinfektion, nach der Spülung hinterher nochmal eine Desinfektion des Kanals. Das darf man nicht vergessen. Es ist ja nicht nur eine Trocknung, die wahrscheinlich gar nicht funktioniert, sondern es ist eine Desinfektion. Und jetzt gucken Sie sich an, was auf der Ackerplatte, wo dann diese Erreger ausplatiert werden, was da drauf sein kann. Und die haben eine Einteilung, die ist nicht identisch mit unseren Organismen. Die haben High-Concern-Organismen. Das sind eigentlich viele unserer als nicht vorkommenden, aufgeführten Erreger da drin. Da sehen Sie, die dürfen alle nicht vorkommen, auch in keiner Koloniezahl. Das deckt sich bei uns. Aber dann haben Sie welche mit Low- und Moderate-Concern-Organismen. Das heißt, sie sind gar nicht oder ein bisschen nur bedeutsam. Und da sehen Sie, gut, bei 0, klar, keine Aktion. Bei 1 bis 10 keine Aktion. Aber einfach aufpassen, da ist 11 bis 100 koloniebildende Einheiten. Da ist eine Aufmerksamkeit. Da muss man dann gucken, was im Prozess nicht stimmt. Das wäre bei uns, da wäre das Endoskop natürlich sofort weg und der ganze Prozess gestoppt. Und unter diesen Low- und Moderate-Concern-Organismen sind durchaus welche, die bei uns als fakultativ pathogen gelten. Das heißt, es ist klar, wenn ich so aufbereite und solche Werte habe, dann habe ich auch andere Reaktionen zu erwarten. Also bitte die nächste Schlussfolgerung. Andere Länder haben andere Richtlinien und die andere Anforderungen zur Folge haben könnten. Also man kann nicht einfach 1 zu 1 übernehmen, was dort gemacht wird. Man muss genau gucken, warum ist das so, was machen die und was unterscheidet sich bei uns. Ja, kommen wir mal zum Für und Wider zur Sterilisation von Bronchioskopen, Zystoskopen. Da habe ich nur ein paar rausgesucht. Und die Sachen sind in Anführungsstrichen, weil ich sie wörtlich zitiere, da wird gesagt, da die Wahrscheinlichkeit bei der Aufbereitung von flexiblen Endoskopen wesentlich komplexer ist und die vielen manuellen Reinigungsschritte eine höhere Füllermöglichkeit darstellen lässt, bietet nur eine Sterilisation die letzte Möglichkeit, eine unzureichende Reinigung auszugleichen. Abgesehen davon, dass ich den Satz nicht so ganz verstehe, ist aber der letzte Teil eindeutig. Da steht tatsächlich, dass ich, wenn ich nicht richtig reinige, damit sterilisieren kann, damit alles wieder gut ist. Ich kenne diese Daten dafür nicht und ich weiß nur, dass keine Gassterilisation, weder Formaldehyd noch Ethylinoxid und schon gar nicht Plasma funktioniert, wenn Organik vorhanden ist, dann gibt es keine Sterilisation. Also wenn ich nicht richtig reinige, muss ich auch nicht sterilisieren. Also das hilft nicht. Es scheint sich aber nicht rumzusprechen, dass das so ist. Das ist wirklich das Wissen aus dem letzten Jahrhundert, um das mal zu sagen. Eine ähnliche Äußerung kommt aus dem letzten Jahr. Da steht, Die Sterilisation ersetzt aber natürlich nicht die Reinigung, sondern ist eine absichernde Maßnahme, da die Reinigung an inneren Oberflächen nicht überprüfbar ist. Da frage ich mich, das ist doch dasselbe. Ich kann die Reinigung nicht überprüfen, also sterilisiere ich, da ich mir nicht sicher bin. Kann ich auch nur ein großes Fragezeichen machen? Ich verstehe es nicht. Dann gibt es ein paar Äußerungen gegen die Sterilisation von Bronchioskopen und Zystoskopen. Das erste ist mal der Hinweis, immer wenn ich, und zwar im Zusammenhang mit Nodes ist das gemacht worden, was ja heute, glaube ich, nicht mehr so in Mode ist, wenn man also durch eine natürliche Körperöffnung das Endoskop das Endoskop schiebt, um in ein Organ oder auch in einer Körper zu operieren, dann nimmt die mikrobielle Last zu oder ist unterschiedlich in den verschiedenen Zugängen. Ist natürlich am höchsten im Darm, Gastrointestinal, Oesophagus, Vaginal und natürlich praktisch nicht vorhanden, nur ganz minimal, wenn ich über einen Schritt, einen Schnitt in einen Körper eindringe. Dann habe ich natürlich keine Schleimhaut, die besiedelt ist. Diese Publikation hat Frau Beilenhoff vorhin auch schon mal erwähnt. Und das sagt, was zu den Sporen, die Arbeitsgruppe sagt, Infections with spore-forming bacteria have not been reported from appropriately high-level disinfected endoscopes. Also, nochmal übersetzt, wenn es zu schnell gegangen ist, also Infektionen mit sporenbildenden Bakterien sind nicht dokumentiert und nicht berichtet, wenn die Endoskope richtig, also für den Vorschriften entsprechend aufbereitet worden sind. Das heißt, die gibt es nicht, diesen Hinweis auf die Sporen, dass dort irgendwas übertragen wird. Wir haben ein European Hygiene Expert Forum, das jetzt letztes Jahr zum dritten Mal getagt hat. Und hinterher gibt es immer noch eine Zusammenfassung, was denn so beschlossen worden ist, was besprochen worden ist. Sie sehen, das sind überwiegend tatsächlich Europäer im letzten Jahr sind auch noch Amerikaner dazu gekommen. Frau Beilenhoff ist natürlich auch dabei. Und sie haben auch nochmal wiederholt, unstrittig unter den Experten ist die Sterilisation von flexiblen Endoskopen, die in sterilen Bereichen des Körpers zum Einsatz kommen und nicht durch natürliche Körperöffnung eingeführt werden. also wenn wenn es in eine OP kommt, natürlich dann, aber wenn sie durch sterile Körper, durch natürlich besiedelte Körperöffnung kommen, dann müssen sie nicht steril sein. Das ist der Umkehrschluss dieses Satzes. Wird auch nochmal anders ausgedrückt. Weiter wurde diskutiert, inwieweit die Sterilisation tatsächlich eine höhere Sicherheit bieten würde, was aufgrund der derzeitigen Datenlage unklar bleibt. Zudem zeigen aktuelle Publikationen, dass auch nach einer doppelten Desinfektion oder sogar einer Ethylenoxid-Gaststerilisation die Abtötung von multiresistenten Erregern nicht immer gegeben ist. Also ich kann das, was ich vorher nicht richtig gemacht habe, nämlich nicht richtig gereinigt habe, kann ich durch eine Sterilisation oder eine Desinfektion nicht wieder gut machen. Frau Alfer, die Sie ja als erstes schon gehört haben, ist auch immer noch aktiv und hat in Buenos Aires auf dem Aufbereitungskongress einen Vortrag gegeben und hat gesagt, so wird es zumindest berichtet von den Teilnehmern, Michelle Alfer gab einen Überblick zum Thema Akkumulation von Rückständen auf unzureichend gereinigte Medizinprodukte, verhindert wirksame Desinfektion mit hohen Niveaus, High-Level-Desinfektion und Sterilisation. Das musste natürlich HLD heißen, aber okay, ich habe es nicht verbrochen. Als Resümee stellte sie fest, dass die Reinigung mehr als nötig ist für Medizinprodukte, insbesondere für flexible Endoskope. Also hier auch nochmal der Hinweis, es muss einfach gereinigt werden, sonst kann auch nicht richtig desinfiziert werden. Also die vierte Schlussfolgerung, es gibt viele Daten, die zeigen, dass eine Sterilisation und eben eine Desinfektion bei schmutzigen Oberflächen nicht sicher erreicht wird. Zur Wiederholung, Endoskopkanäle werden immer kontaminiert, wenn mikrobiologisch besiedelte Wege passiert werden, also sie würden niemals steril am Organ ankommen. Zweitens, Lunge und Blase sind aber auch gar keine sterilen Organe. Daher die Schlussfolgerung, es besteht keine Notwendigkeit, Bronchioskop oder Zystoskop zu sterilisieren. Damit danke ich allen, die mir zugehört haben, für ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir auch eine kleine Diskussion bekommen. Ja, herzlichen Dank, Frau Professor Martini. Da kam gleich zu dem Thema eine Frage aus dem Chat. Was ist mit den Endoskopen, die peroral in sterile Körperhöhlen eingeführt werden? Zum Beispiel bei Poem. Sie hatten ja das Diagramm gezeigt, dass das ungefähr in der Mitte der Belastung liegt. Man geht ja durch die Speiseröhre runter und schneidet dann aber in Haut und in einen Muskel hinein. Wie sehen Sie das? Wie müssten, und das passiert ja auch häufig dann auch mit Gastroskopen. Wie denken Sie, wie müssten diese Endoskope vorbereitet werden? Nicht anders als die anderen, weil Sie gehen durch einen kontaminierten Weg und Sie kriegen, Sie kriegen ja durch die Sterilisierung, Sie haben ein Endoskop, was aufbereitet worden ist, hat, richtig im validierten Prozess, hat keine Erreger mehr, keine Erreger von Patienten vorweg, keine aus dem Wasser und so weiter. Das heißt, Sie kriegen das, wenn Sie es hinterher noch sterilisieren, erreichen Sie nicht mehr. Sie würden vielleicht noch eine Spore abtöten, falls da eine drin ist. Aber das Endoskop wird eventuell ein bisschen mehr kaputt gemacht, das darf man auch nicht vergessen dabei. Da freuen sich andere Menschen dann darüber, wenn sie neue Endoskope verkaufen können. Aber das ist immer dieses Gefühl, ja, ich tue doch was Gutes, wenn ich sterilisiere. Ja, Sie dürfen sterilisieren, wenn Sie wollen, aber wenn Sie unsicher sind, dass da was drin ist, dass Sie das in Patienten was reinbringen vom Vorgänger, dann müssen Sie Ihren Prozess überdenken. Denn wenn Ihr Prozess in Ordnung ist, kann dort nichts sein, was den Patienten gefährdet. Es gefährdet Ihnen nur das, was Sie sozusagen auf dem Weg zu dem Organ oder da, wo Sie den Schnitt machen, reingeholt haben in den Kanal. Es sei denn, ich mache den Kanal dicht, da kann man drüber reden, ich weiß nicht, ob das geht. Wenn ich das will, kann ich vielleicht einen Kanal dicht machen, ist auch ein bisschen schlecht mit dem Aufblasen hinterher oder mit dem Luftinfundieren, dass ich da steril unten ankomme. Aber mit einem normalen Endoskop komme ich nicht steril, komme ich ja nicht mal desinfiziert an da, wo ich hingehe. Das heißt, das Endoskop, das bereite ich bestmöglich auf, aber auf dem Weg dahin unterliegt es natürlich einer Kontamination. Und da kam jetzt gleich dazu noch eine Frage, muss man denn präventiv dann bei einer Zystoskopie Antibiotika geben? Das habe ich nicht gehört. Also ich bin natürlich kein, ich bin weder Urologe noch Mediziner. Ich halte mich da zurück, ich glaube, es ist keiner jetzt hier dabei. Ich würde das nicht machen. Aber das ist jetzt meine Privatmeinung, da kann ich keine Literatur dazu bringen, weil ich weiß auch nicht, ich habe das schon mal über mich ergehen lassen und ich habe keine präventive Antibiotika bekommen. aber das weiß ich nicht. Okay, dann müssen wir diese Frage zurückstellen. die muss dann jemand anders beantworten. Dann kam eine weitere Frage, bei den Fällen, wo man wirklich Sterilität erreichen muss, muss das Endoskop ganz trocken sein, bevor man sterilisiert und im gleichen Zusammenhang macht der Alkoholflasche Sinn? Also in dem Falle, wenn ich praktisch inneroperativ das einsetze, dann ist meine Kenntnis, wobei jetzt eine Firma bei Formaltyl-Oxyd-Sterilisation da irgendwie gerade was anderes propagiert, wo ich die Daten aber noch nicht gesehen habe, ist, Gas-Sterilisation, also Formaltyl-Oxyd-Sterilisation nur auf trockenen Oberflächen wirkt. Das heißt, da muss es dann wirklich richtig trocken sein. Das wird zwar dann mit dem Gas zusammen wieder befeuchtet, aber die Oberflächen müssen trocken sein. Auch bei Plasma funktioniert es natürlich nicht auf feuchten Oberflächen. Das heißt, da müssen wir Knochen trocken machen und da könnte es sein, dass ich tatsächlich auch einen Trockenschrank brauche, der wahrscheinlich dann auch mehr erreicht als das Durchspülen, aber auch dafür gibt es auch keine Unterlagen, gibt keine Daten. Wann das Endoskop innen wirklich steril ist, bei wie viel Feuchtigkeit die noch drin ist, kann ich auch nur spekulieren, tue ich ungern, weil das ja aufgezeichnet wird und für die Ewigkeit man dann diesem Unsinn nachhören kann, den ich jetzt gleich von mir gebe. Ich sage lieber nichts mehr dazu. Und was halten Sie für den Alkoholflasch als Trocknungsmethode? Wenig. Wenig, weil das ist wirklich, die ist in Deutschland mal gemacht worden, es gab so eine Untersuchung aus dem Institut, in dem ich mal angehört habe, über Helicobacter pylori aus Endoskopen, die haben dann festgestellt, dass es mit Alkoholflasch weniger Sachen drin waren, kann ich sagen, klar, da desinfiziere ich noch mal ein bisschen und dann habe ich natürlich bessere Ergebnisse, aber die Trocknung über den Alkoholflasch selber ist, habe ich auch keine Daten darüber, ich habe nichts darüber gelesen, dass es wirklich funktioniert. Ob das trocken genug ist, keine Ahnung. Gut, jetzt ist eine Frage reingekommen, ist es möglich, dass wir die Folien im Mikrobiom der Lunge noch mal anschauen? Ich probiere das mal. Wir haben ja geübt vorweg. Ansonsten in der Zwischenzeit, ganz am Anfang kam auch die Frage, ob man die PowerPoint-Folien bekommen kann. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und am Ende jeder Präsentation stehen auch noch mal die Kontaktdaten von den Referenten. Bedeutet, wenn es dann dazu Fragen gibt, dann kann man sich auch noch mal persönlich an die Referenten wenden. Ach, jetzt ist die andere, wieso denn das? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gerade die richtige angeklickt. Sonst soll mich diejenige Person doch mal anmelden, weil die habe ich natürlich, die Sachen habe ich natürlich aus der Publikation, die da unten zitiert ist. Ich bin ja kein Mikrobiom-Forscher. Da. Ich mache es jetzt nicht groß und geht es wieder weg. Das ist die Folie? Ja, ich glaube, das ist die. Und was war da? Frau Seilmann, wollen Sie noch mal sagen, Ihre Frage? Frau Seilmann soll mich anrufen. Genau, sonst stellen wir die im Moment noch zurück. Ansonsten vielleicht für Frau Martini oder für die anderen Referenten, was meinen Sie, wie wird sich die Endoskopaufbereitung in Zukunft noch verändern? Das ist sehr pauschal. Ich nehme erst mal an, ich hoffe, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass die maschinelle Aufbereitung doch noch mehr zunehmen wird, weil wir eine Leitlinie in Vorbereitung haben über die Manuelle, über die Validierung der manuellen Aufbereitung von Endoskopen. Und ich glaube, wenn das so ähnlich läuft wie bei der manuellen Aufbereitung von Instrumenten, wenn wirklich mal geschrieben ist und dann auch die Behörden was in der Hand haben, nachdem sie gucken werden, was denn gemacht wird, wird sich das Problem mit der manuellen Aufbereitung wahrscheinlich ziemlich bald erledigt haben. Ich wünsche mir das sehr, was dann heißt, es werden mehr Maschinen verkauft und auch diese Maschinen sind ja in den letzten Jahren besser geworden, sehr viel besser. Ansonsten weiß ich nicht, Frau Beilenhoff müsste wahrscheinlich sagen. Ich meine, es wird sich einiges dahin entwickeln, dass so Sachen wie Ventile oder wie aufsetzbare Distalenden und so etwas halt eben jetzt generell halt als Einmalmaterial sich etablieren werden. Ob sich einmal Endoskope wirklich flächendeckend etablieren werden, das ist bei der Stubzahl wirklich momentan schwierig zu sehen. Vielleicht für einzelne Indikationen, aber ich denke generell ist ein Trend halt eben zu Einmalmaterial nicht mehr aufzuhalten, was auch gut ist, halt eben auch was Zusatzinstrumentarium halt eben angeht. Ja, ich habe dazu gestern einen kleinen Kurs verunterrichtet, aber da war kein Teilnehmer mehr. Die hatten alle einmal Bürsten und die hatten, da war ich wirklich glücklich, die hatten einmal Biopsidzangen. Und dass da nicht darüber diskutiert wird, das fand ich doch schon sehr entspannt. Ich musste dann ein bisschen im Unterricht ein bisschen überlegen, was ich jetzt mache, weil ich die Biopsidzangen Aufbereitung bringe, aber das war, haben wir gut gearbeitet, denke ich. Gut, das ist ein gutes Schlusswort. Ich denke, wir kommen zum Schluss. 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 Ich denke, wir kommen zum Schluss.